Magic Mike möchte ein letztes Mal tanzen. M. Night Shyamalan möchte ein weiteres Mal mysteriösen. Und eine Reihe von Mennonitenfrauen probt erstmals den Aufstand. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit einer sehr, sehr illustren und erstmalig besetzten Runde. Uke, Tino und Steven haben sich heute hier bei mir eingefunden, um mit mir über Stripper, Aufstände, die Apokalypse und Tanzfilme zu reden. Wenn das nichts ist. Ja, super. Aber zuerst wollen wir natürlich bei dieser Menge an Anekdoten und Erlebnissen und wirklich Abenteuern erstmal hören, was ihr als letztes so gesehen habt. Bei dem muss ich eigentlich fragen, wo hast du beim letzten Mal vorgesprochen? Also ich hab tatsächlich jetzt als Vorbereitung auf diese Folge hier, hab ich jetzt im Zug zum ersten Mal Footloose geguckt. Über den Alten. Den Alten, ja, ja. Weil wir ja drüber gesprochen haben, was ist eigentlich ein Tanzfilm. Und ich war dann doch überrascht, dass die erste Tanzszene in Footloose nach ungefähr 38 Minuten erst kommt. Und auch gar nicht so eine Tanzszene ist, sondern Kevin Bacon rennt einfach und springt. Durch die Halle die ganze Zeit, ne? Ja, und rennt da so. Und ich dachte, ist das Tanzen? Ist das Akrobatik oder was ist das jetzt? Und das Tanzen besteht dann hauptsächlich aus dem Schnippen und so. Und dann hab ich mich nochmal gefragt, ob meine Definition von Tanzfilmen vielleicht die richtige ist. Das werden wir ja nachher ergründen. Genau. Ja. Ich hab nämlich auch gemerkt, dass meine Definition von Tanzfilmen vielleicht abweicht. Aber auch dazu kommen wir ja später. Ich hab das letzte Budboy geguckt, den ich seit tausend Jahren schon vor mir hergeschoben hab. Ich glaub, da hab ich dir irgendwann mal einen Trailer geschickt. Budboy? Budboy. Arschjunge. Ah. Und bei Budboy, ich hab ihn nicht ewig vor mir hergeschoben, weil ich dachte, dass der Inhalt vielleicht nur wie für so ein Sketch reicht, nicht für so einen ganzen Film. Da geht's nämlich um einen alkoholkranken Polizisten, der in einem kindervermissten Fall ermitteln muss. Und irgendwie beschleicht ihn immer mehr der Verdacht, dass die Kinder alle im Arsch von seinem Sponsor bei den anonymen Alkoholikern verschwunden sind, weil da ganz viele Sachen einfach weg sind, wenn der in den Raum reinkommt. Und die verschwinden alle in seinem Hintern. Und es klingt jetzt sehr skurril, aber der Film zieht diese Story komplett ernsthaft durch. Ich muss ganz kurz fragen. Ja. Gibt's diesen Film wirklich, oder? Den Film wird's wirklich. Der basiert auf einem Sketch, und das ist ja immer ein bisschen creepy, wenn ein Sketch zu einem langen Film aufgebaut wird. Aber das funktioniert auch so ordentlich gut. Wo findest du solche Filme, frage ich mir. Im Internet. Wie, und dann steht der Budboy, und dann sagst du, Arschjunge, das klingt interessant. Ich hab schon nach dem Namen... Storyline ist die verschwinden im Arsch von dem Chef der anonymen Alkoholiker. Mich interessiert eher, wie ist dieser Film entstanden? Ja, ich hab eigentlich so gedacht. Entschuldigung, ich möchte Ihnen meinen Film vorstellen. Es geht um einen Mann, der Angst hat, dass die Kinder im Arsch von einem seiner Kollegen verschwinden. Die berechtigte Angst, ja. Das machen wir. Ja. Ich geb ihm eine Million Dollar. Nee, der hat einen YouTube-Channel, wo er das als Sketch gemacht hat. Und der Sketch ging so minimal viral. Also jetzt nicht so 50 mehr an Aufrufen. Und dann hat er sich gedacht, ach, vielleicht soll ich das mal so langen Film machen. Und ich find die Filme, in denen ich denk, es müsste eigentlich einen Film geben, der Budboy heißt. Und dann google ich da noch, und dann gibt's den. Und dann denk ich so, ja, das ist ja Schicksal. Und wie viele Menschen kennen den außer dir? Auf Leatherbox waren so 400, 500. Aber ich glaub, das könnte auch so ein Quentin Dubieu-Ähnlicher Typ werden, der sich so weiterentwickelt. Und der ist relativ neu? 2017 oder 2018, jetzt hat der Regisseur leider so eine Horrorfilm-Anthologie gemacht, die wieder bei Leatherbox erbärmlich schlecht abgeschnitten hat. So, es könnte halt wieder so ein One-Hit-Wonder sein, aber ... Ich möchte dann noch eine Sache dazu einwerfen. Bitte? Bei Robert Crumb gab's immer Sally Wubble-Arsch, eine Person in diesem Comic, der einen sehr großen Hintern hatte, wo auch Leute drin wohnten. Naja, vielleicht war das so eine Inspiration. Das ist bestimmt so eine 72er, ja. Ja. Aber war denn der Film gut jetzt? Ja. Also wirklich ironiefrei gut, und er zieht die Story auch komplett anders auf, weil ich natürlich auch wegen diesem Absurditätsfaktor reinschauen wollte. Und dann ist das ein relativ düsterer Cops-Thriller. Diese Alkoholprobleme werden auch irgendwie nicht ins Lächerliche gezogen. Und diese lächerliche Grundidee, dass halt die Kinder an einem Ort verschwinden, wo sie gar nicht verschwinden können, weckt dann halt auch bei einem selber irgendwie so dieses, es kann ja nicht so sein, aber wie soll es denn sonst wirklich sein? Also man hat wirklich wie so einen, ja so einen komischen, nicht Hut-Dunit, sondern eher Haut-Dunit-Effekt, weil man sich halt so denkt, ja, es kann ja nicht wirklich auf so was hinauslaufen. Andererseits ist es aber auch ein Film, vielleicht kannst du ja doch darauf hinauslaufen. Darfst du denn das Ende spoilern? Kommen sie aus dem Arsch raus? Nein, das möchte ich nicht, aber ... Ich würde ihn eigentlich schon mal gerne sehen, Daniel. Nee, nee, also es ist ... Also er hat mich jetzt neugierig gemacht. Jetzt möchte ich ihn auch wohl sehen. Ja, aber ich hatte dir schon mal irgendwie vor tausend Jahren den Trailer geschickt. Der Trailer sieht halt auch gut aus. Also wirklich ... Viele andere Dinge, die ich gerne sehen möchte, ich hab jetzt Butt-Boy so in den ... in der Seitenbox schreib ich mir den auf. Aber sieht man auch, wie die ... Also wird irgendwann mal gezeigt, wie jemand im Arsch verschwindet? Nicht so ... Also er ist schon eklig, aber jetzt nicht so explizit. Aber er ist schon unangenehm. Also man riecht ... Man hat viel ... Man riecht den Film viel. Oh, okay. Schön. Ja. Okay. Butt-Boy. Nee, so ne Mischung aus ... Jetzt weiß ich ja nicht, wie heißt er? Der Regisseur von An Evening with Beverly LaFlynn? Hoskins? Ja, Jim Hoskins. Jim Hoskins und Quentin Dupieux. So ne Mischung daraus. Ja, cool. Also B-U-T-T und Boy, ja? Butt-Boy. Genau. Tyler Korneck. Ja. Ich setz mich auf die Watchlist. Ja. Krass. Deswegen ist Schröck der Einzige hier, dem ihr vertrauen solltet. Ja, nee, das ist halt so, die Sachen, die ich auf meine Watchlist setze, die vergess ich. Achso, ja, ja, ich auch. Ich merk mir das lieber. Wie ist denn die Zusammenfassung des Films? Ich seh grad, ich hab jetzt nur noch die Watchlist. Ja, guck. Siehste, 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 aha. Das mein ich nämlich, siehste? Ja, guck. Also ja. Aber was steht denn da in der Zusammenfassung? Detective Fox loves work and alcohol. After he goes to AA, his sponsor Chip becomes a suspect in his investigation for a missing kid. Fox believes people are disappearing ab Chub's butt. Also ist genau das, was Tino grad gesagt hat. Also wir können's bestätigen, es hat Tino sich nicht nur eingebildet, es gibt diesen Film. Und Durchschnittswertung 3,0. Das ist jetzt auch nicht. Also das, ja, also dafür, dass... Das muss ich nicht. Ich dachte, du guckst keine Filme unter 4,0. Doch. Oft. Ach, echt? Okay. Was würdest du ihm geben? Dreieinhalb, also eigentlich vier, weil ich's liebenswert finde, dass jemand das wirklich so komplett durchzieht, aber so der Wiederguckfaktor ist doch arg begrenzt. Weil er so eklig ist. Ja, oder auch, wenn das einmal so durch ist, die Story. Entschuldigung, aber das riecht mich schon auf bei Spielen, wenn Leute sagen, ja, aber der Videospielfaktor ist nicht so hoch. Es gibt ja Filme, die guckt man einmal, und das reicht auch. Ja, aber ich hab mich dabei schon, also dieses, was ich gesagt habe, das ist ein Sketch auf Spielfilmlänge, es sind schon auch ein paar Längen drin. Ach so. Aber das, was Steven grad gesagt hat, find ich ganz gut, dass ich ihn nicht nochmal angucken würde, weil er zu eklig ist. Das ist ja süß. Also würdest du echt, guckst du Filme, weil sie dir zu eklig waren, nicht nochmal? Oder, also, oder hast du ein Beispiel? Wie heißt dieses denn noch? Centipede oder sowas. Ja, ja. Sowas würde ich sagen. Ja, okay, ja, gut. Also ich mein, okay, Human Centipede ist jetzt auch so ein Fall, Teil 1 ist halt stinkend langweilig, da ist die Frage, ob man den überhaupt nochmal gucken möchte. Teil 2 ist halt so ein Ding, willst du, will man das unbedingt nochmal sehen? Ja, nee. Also das macht ja auch keinen Spaß, da ist ja auch keine Idee drin, außer zu überlegen, okay, was würde jetzt nochmal demütigen? Ja. Also das ist ja, Aber sowas wie jetzt, ich weiß jetzt nicht, also, hast du Braindert jemals gesehen? Ja. Findest du den eklig oder findest du den lustig? Ich find den lustig, komischerweise. Findest du den lustig? Ja. Aber der ist ja auch schon eklig. Ja. Ja. Aber den würde ich, also wirklich jederzeit würde ich den wieder... Ja, das stimmt. Auch nicht? Okay. Aber weil, weil ich fand den, das ist, also ich hab ihn gesehen, das ist gut. Ja. Ne? Also es gibt andere Filme, die ich nochmal, das bringt mir nichts. Welchen Film hast du am allermeisten gesehen? Wüsstest du das? Ich hab das Gefühl, ich hab fast jeden Terrence Silberts Spencer Film im Rerun nochmal 180 Mal Sondermorgens gesehen. Ja. Aber die kann ich mir auch immer wieder angucken, weil ich die einfach, das ist so, ich glaub, das ist so dieses Romantisieren der eigenen Kindheit und so Erinnerungen schwelgen, das ist ja mehr, du guckst so und denkst so, ach, wann hab ich den das letzte Mal geguckt? Ähm, boah, weiß ich, hätt ich nicht sagen. Ist vor allem lustig, ne? Ich mein, heutzutage, du weißt es, du wirst, auf dich wird's auch nochmal stärker zukommen, aber wenn du Kinder hast, dann irgendwie diese, diese ganzen Sachen, die jetzt Kinder so gucken, irgendwie auch mal ein bisschen selektierst oder sondierst, um zu checken, ja, wie gewalttätig sind sie, wie oft wird Gewalt als Lösung irgendwie eingesetzt und so weiter und so fort und dann überlegst du zurück, früher hast du sonders mittags zu Hause gehockt als, keine Ahnung, achtjähriger. Besser von gestern, Tom und Jerry. Von Spencer und Terrence Hill. Ich denke, ja, war das wirklich pädagogisch hilfreich? Aber auf der anderen Seite, wir sind ja einigermaßen normal geblieben, ne? Ja. Sagst du. Aber das, wie du grad Ja gesagt hast, nachdem du dir einen Backwolf vorgestellt hast, weißt du? Nein, aber ich hab auch so oft dieses, das Konflikt so, also ich hab, lese grad so ein Sachbuch, ich bin da ja noch nicht so weit, was auch so Storytelling behandelt, wenn du keine Konflikte hast und das geht ja kaum. Ja eben. Also eine Story erzählen ohne Konflikten, das find ich bei, ich guck, also ich bin ja der Einzige hier, der keine Kinder hat, deswegen guck ich auch selten Kinderfilme, aber wenn, weiß ich immer sehr zu würdigen, wenn kein Konflikt da ist und wenn die was zum Samen machen, also so diese ganzen Astro Lindgren oder diese Kinder aufs Seidkrokange, wie das heißt, wo einfach Kinder von Bullerbü, wo es keine Bedrohung gibt, sondern es einfach nur so ein Miteinander ist, irgendwie gemeinsam wird was gelöst, das find ich so schön immer. Ja, das ist auch so. Wenn ich gleichzeitig sowas wie der gestiefelte Kater 2, wo es ja vier Fraktionen gibt, die miteinander verfeindet sind, wo ich so denke, Alter, wie viel Konflikt kann ein Kinderfilm eigentlich vertragen? Ja, also ich würd den jetzt nicht als hundertprozentigen Kinderfilm sehen. aber da war ich schon wieder und wie gewaltvoll da Konflikte gelöst werden, also da war ja echt gar nichts Schönes dran. Aber ich find's so spannend, was ich, wenn wir bei dem Thema noch ganz kurz bleiben, was ich halt so cool finde, mein Bruder und ich haben ja Kinderbücher zusammen geschrieben und ich weiß noch, dass der Verlag damals immer die Fragen gestellt hat, so ist das denn logisch? Also was ist die Background-Story? Warum macht diese Figur das? Und dann guck ich mir zeitweise, wie bitte? Schmidt jetzt? Ja, genau, aber dann guck ich mir jetzt zeitweise, es gibt so ein geiles Buch von so einem dänischen Autor, das heißt Die Riesenbirne, hab ich dir, glaub ich, schon mal erzählt, was so sensationell ist, weil es so absurd ist, ne, dann brauchen die irgendwie so super Batterien und treffen auf Piraten, die haben jetzt ausgerechnet diese Batterien und können die miteinander teilen, also das Geile ist, dass Erwachsene manche immer mit dieser Herangehensweise, sich Filme angucken oder Storys, dass da immer eine Logik hinterher ist, ne? Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil das brauchen Kinder ja gar nicht, sondern, ich mein, die gucken sich gerne Filme an mit sprechenden Katzen und Hunden und Vögeln und die können alle miteinander kommunizieren, da sagt ja auch keiner, aber das geht ja gar nicht, weil die können ja gar nicht miteinander sprechen. aber es war in dieser Szene jetzt Leo Lausemaus Motivation. Ja, genau. Das sind seine Wands und genau, warum hat er das gemacht? Und das nervt mich dann in der Sekunde immer, Also, das ist für mich ja eigentlich, also, was Benz an Ternzill, jetzt mal, das ist ja einfach und lustig gewesen, aber es gibt ja so viele geile Geschichten, wo du einfach gar nicht hinterfragst, warum passiert ist, sondern es ist dann halt einfach so und das finde ich das Schöne. Oder du siehst sie nach Jahren nochmal und fragst dich, das habe ich irgendwie nicht hinterfragt, oder beziehungsweise, das war für mich damals okay. Ja, aber dann guckst du es mit den Kindern und dann ist er, da kommt ja dann keine Ahnung und sagt so, so Papa, jetzt erklär mir mal den Beweggrund von Leo Lausemaus. Aber es wird dann schon schwierig, wenn sie halt wirklich doch trotzdem anfangen, gewisse Logiken zu begreifen. Ich habe mit meinem Sohn den ersten Evox-Film geguckt. Ist das Karawane der Karawane der Tapferen? Warum? Weil er den gucken wollte. Ah ja, okay. Also wir hatten den, wir hatten den sechsten gesehen und dann habe ich gemeint, du, es gibt sogar noch zwei weitere Filme mit den Evox. Dann hat er gesagt, oh ja, dann möchte ich gerne mal einen gucken. Und ich meine, Karawane der Tapferen kannst du echt problemlos mit dem Kind gucken so. Aber, und dann kommt das Ding, du siehst ja am Anfang schon irgendwie so ein bisschen das Evox-Dorf und dann siehst du, glaube ich, so eine Hütte im Wald und dann siehst du plötzlich einen Uhu und irgendwann reisen sie ja, glaube ich, auch auf dem Pferd. Und dann guckt mich mein Sohn an und sagt, aber das finde ich jetzt aber unlogisch, wieso sind da Tiere aus unserer Welt? Das ist doch auf Endor. Ja, also, weißt du, für den war das halt einfach ein Problempunkt, dass da dieser Uhu zu sehen war und halt ein richtiges Pferd, was er halt so hier von unserer Welt her kennt, weil für ihn ist es halt Endor. Und es sah aber halt aus wie der normale Wald, in dem halt auch die normalen Realitätstiere leben. Ja, gut. Ja, richtig. Dein Sohn ist anders. Könnte man so sagen. So, was hast du jetzt gesehen? Außer jetzt den... Nicht Budboy. Nicht Budboy. Nicht Budboy. Nächste Sendung dann. Am Ende dieser Sendung habt ihr mich überzeugt, ich gucke den heute Abend. Ich hab, ich hab, hab ich dir auch schon von erzählt, ich hab Shrinking geguckt. Ja. Apple Plus, ähm, die neue Serie von Jason Siegel. Da stecken ja auch die Macher hinter von Ted Lasso mit, äh, einem großartigen Harrison Ford, der, ich hab jetzt ein paar Interviews auch mit ihm gelesen und so, ein bisschen Beschreibung, ähm, ja, sehr viel von sich selber spielt, ne? Weil er ist ja, äh, ein bisschen grumpy, ne? Er hat ja keinen, keinen Bock auf Medien. Und es geht im Prinzip um, ähm, um eine Therapeutengemeinschaftspraxis, in der Jason Siegel, ähm, arbeitet, der, äh, bei einem Autounfall, äh, vor einem Jahr seine Frau verloren hat. Und, äh, er zweifelt total am Leben und versucht sich so ein bisschen, äh, das Leben wieder schön zu machen, indem er mit, äh, allerhand, äh, Medikamenten und Nutten in seinem Pool, äh, nachts feiert und die Nachbarn zu Weißgut bringt, dabei so ein bisschen seine Tochter auch aus den Augen verliert und dann irgendwann auf die Idee kommt, er therapiert jetzt die, ähm, Patientinnen, äh, konträr zu dem, was ihm gelehrt wurde, ne? Also, ist total witzig. Auf jeden Fall ist Harrison Ford, äh, sozusagen der, der, der Chef dieser Praxis und auch so sein väterlicher Freund und Mentor und die geraten halt die ganze Zeit aneinander und Jason Siegel macht halt alles falsch, was du falsch machen kannst. Ich fand's, also ich mag die total gerne, ich hab jetzt drei Folgen erst geguckt, äh, die kommen jetzt immer wöchentlich, kommt die nächste raus und mich hat die einfach so ein bisschen angefixt, weil ich so viel Krimis, Mord, Thriller, Dramen gesehen hab und die hat so, also Ted Lasso ist für mich immer noch eine der coolsten Serien der letzten Jahre, weil ich die so emotional schön fand, mit ganz viel Herz und Lachen und das hat die auch. Also ich find, die kommt da nicht ran, aber ich find, die hat schon, schon sehr viel und ich bin bis dato nicht so ein richtiger Jason Siegel Fan gewesen, ich war mir immer, ich wusste nicht so richtig, was er eigentlich will, ähm, aber so seine Tollpatschigkeit und dieser tollpatschige Humor und dieses immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen, obwohl er eigentlich nur was Positives bewirken möchte, reinzutreten, das find ich schon charmant, aber ich, ich liebe Harrison Ford, ich find den einfach so geil, ich find den unfassbar, der ist einfach, der ist so, der ist so böse und dann gibt's aber so, so Nebengeschichten, die so aufgemacht werden und da siehst du eigentlich, dass er eigentlich total nett ist, aber glaube ich, diesen Bösewicht auch gerne mit diesem Grumpy Old Man spielt. Ja, ne, der will das, glaube ich, sein, der will das irgendwie, obwohl er halt dann auch in den öffentlichen Auftritten hier und da mal echt, ja, süß sein kann oder beziehungsweise lustig oder keine Ahnung, aber dieses, diese, diese Motzrolle irgendwie, die hat er sich jetzt echt, ja, es gibt ein relativ aktuelles Interview mit ihm, ich glaube, im Hollywood Reporter oder in der Variety, wo, wo auch die, die Journalistin oder der Journalist im Prinzip schreibt, es ranken sich ja tausend Geschichten um ihn so als Person auch in Interviews und er zeigt ja auch immer ganz deutlich, dass er keinen Bock drauf hat, also er hat einfach keinen Bock auf Presse um sich und er kommt dann auch rein und dann sagen sie, und wie geht's dir und dann erzählt er, ja, es war bisher alles super. Jetzt, jetzt ist es hier. Das überzeug ich mal vom Gegenteil, und das auch so auflaufen lässt und also, ja, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, der Mann wird jetzt 81 oder 80 wird er dieses Jahr, glaube ich, 43 Jahre gegangen ist, ja, 80 wird er und ich habe das Gefühl, er arbeitet, hat jetzt wieder so ein Arbeitspensum, gerade, das beeindruckend ist und, ja, also, genau. Ja, sind wir mal gespannt auf Indiana Jones 5, ob das dann nochmal ausreicht. Also ich hoffe, also ich hoffe ja immer noch bei Indiana Jones 5, dass er gesagt hat, es gibt Indiana Jones 4 auch für mich nicht und ich möchte nicht ins Grab steigen mit der, mit Indiana Jones 4, deswegen habe ich jetzt Indiana Jones 4. Wir haben doch, wir waren doch letztes Mal hier und haben den Trailer doch, und wir waren doch eigentlich beide mit Skepsis, Ja, aber so wohlwollend, weil man ja halt auch denkt, okay, Indiana Jones 4 ist halt zu so einer Zeit entstanden, wo wohlwollend alle von den Möglichkeiten von CGI's geblendet waren und dann kommt halt so was bei raus. Das passiert jetzt, glaube ich, nicht so und wie oft jetzt halt die De-Aging-Technologie schon gelobt wurde, wie toll die ist, wer weiß, wie lange er überhaupt mitspielt. Also, weil ich gestalt auch mal eine Stunde rückblende und Stimmt. Das kann ja auch sein. Warum auch nicht? Ja. Ich meine, ey, ich, ich, ich hab echt, ich vertraue Mengold. Ich auch. Ich vertraue Mengold. Und ich finde Mengold ist auch ein guter. Ich weiß nicht, ich finde gerade diesen Trend von diesen Legacy-Vorsetzungen ein bisschen schwierig und bei diesen alten Schauspielern denke ich jetzt nur an die PK-Serie, wo man nur gesehen hat, dass PK einfach immer, ich liebe ihn sehr, aber er sitzt halt sehr viel rum und redet. Und wenn das jetzt der Fall ist, also dass Indiana Jones da sehr viel rum sitzt und redet und Ja, das ist halt ein Mengold-Film. Also, das kannst du nicht in Indiana Jones in die Schuhe schieben. Ja, ich, ich hab so, ich muss ja gar nicht, ich brauch nichts Neues. Ich hab, den hab ich das jetzt wieder geguckt, den, Holy Grail, das ist was für ein geiler Film. Das kann da einfach bleiben. Ich brauch nichts Neues. Ja, hast du recht. Ja, aber vielleicht, also, ich kann sowohl einen Ford verstehen, wie auch, natürlich, Disney kann man da auch verstehen. Ich kann das alles verstehen. So, ich brauch's nun nicht, glaub ich. Ne, was ich nun nicht verstehe, ist eben das, was du jetzt schon angesprochen hast. Dieses, ähm, Legacy-Sequel-Ding, dass man auf Teufel komm raus irgendwie alles miteinander kombinieren muss und am Ende halt keinen glücklich macht. So, das ist halt, das, was ich nicht so, das haben die wenigsten Filme bislang geschafft. Dieses Ghostbusters-Ding, hat's bei mir ja funktioniert. Ich saß davor, es hat alle meine Knöpfe gedrückt, so, ja, guck mal da, und ich hab mich total gefreut, super Fans, es hat alles funktioniert, aber wenn ich dann drüber nachdenke, dann fühl ich mich halt auch psychologisch ein bisschen manipuliert, so, es hat halt alles funktioniert, aber irgendwie, war's jetzt auch nichts originales. Ja, und halt Fanservice bei Ghostbusters geht's, glaub ich, noch eher gleich bei sowas wie bei Indiana Jones, weil du holst ja eine neue Generation nicht mit einem 80-jährigen Archäologen ab, die irgendwie so gehört haben, ja, meine Eltern finden den Film gut, und wenn wir aber davon abgeholt werden sollen, sind wir halt immer noch durch Teil 4 traumatisiert, also ich glaub auch, dass das Ding irgendwie zwischen einem Stöhnen sitzt. Weißt du was, ich hab's echt geschafft, den zu vergessen. Ich kenn, ich weiß nichts mehr. Das ist eine meiner größten Fähigkeiten. Ich weiß, ich weiß nur, dass irgendwie nachher irgendwie da so ein Alien oder irgendwie so, aber ich weiß es halt nicht mehr richtig. Ist halt alles weg, komplett weg. Das ist doch gut. Ich werde ihn demnächst mit Eddie bald gucken müssen. Warum? Weil wir einen Audio-Flick dazu mussten. Ah, okay. Was hast du denn als letztes geguckt? Du versuchst immer dich da so drum zu schlamieren. Was hab ich geguckt? Was könnte ich mal sagen? Ich hab mir tatsächlich das heilige Ringo-Lamm-Triple gegeben. Ich habe mir ... Das heilige Lamm. Ja, das heilige Lamm. Ich habe mir City on Fire, Full Contact und The Adventurers angeschaut, die hier in Deutschland Cover Heart 1, Cover Heart 2 und Cover Heart 3 heißen. Obwohl es drei völlig unterschiedliche Filme sind, die nichts miteinander zu tun haben. Und Cover Heart 2 ist tatsächlich City on Fire, der vier oder fünf Jahre vor Cover Heart 1 entstanden ist. Der in den 80ern entstanden ist. Full Contact. Und Adventurers kannte ich noch nicht. Der ist mit Andy Lau. Da geht's ... Also auch ein wilder Film. Da geht's um einen jungen Kambodschaner, der muss mit ansehen, wie seine Familie umgebracht wird noch während des Krieges. Und von irgendeinem abtrünnigen General und von irgendeinem Geschäftsmann, keine Ahnung, die fallen da in das Dorf ein und bringen ihn um. Und er überlebt als einziger der Familie. Und dann schafft er es aber irgendwie, Pilot zu werden in Amerika, wenn ich's richtig verstanden habe. Also der spielt auch viel in San Francisco. Und ja genau, er wird halt von den Amerikanern so gesehen gerettet bei dem Angriff auf dieses Dorf. Und dann wird er halt Pilot und erfährt dann irgendwann, dass der Typ ja jetzt immer noch in der Gegend, dieser Geschäftsmann, der seine Familie auf dem Gewissen hat, dass der immer noch existiert und da durch die Gegend arbeitet und was weiß ich. Und er beschließt jetzt, Rache zu nehmen und lässt sich daraufhin von der CIA rekrutieren. Und im Zuge dessen fängt er sowohl eine Affäre mit der neuen Ehefrau des Mörders seiner Eltern an, wie auch heiratet er die Tochter des Mörders seiner Eltern. Und am Ende gibt's in Kambodscha eine riesengroße Verfolgungsjagd mit Hubschraubern und Autos und es wird wieder so ein Dorf niedergemacht und was weiß ich. Und ja, war absolut fein. Er hat eine Affäre mit der Frau des Mörders seiner Eltern und heiratet dann die Tochter der Frau des Mörders. Genau. Nee, die Tochter des Mörders. Wissenlich. Ja, aber das ist doch wissentlich. Aber wenn er eine Affäre mit der Frau des Mörders hat, dann ist doch die Tochter auch die Tochter der Frau des Mörders. Neue Frau. Neue Frau. Die neue Frau. Also nicht die erste Ehefrau, aus der die Tochter entstanden ist oder beziehungsweise über die die Tochter entstanden ist, sondern halt die neue Ehefrau. Im Arsch von dem Mörder war, bin ich jetzt nicht mehr interessiert. Das weiß ich nicht. Kommt, genau sind die denn am Ende im Arsch des Mörders. Jeder Film wird wahrscheinlich jetzt irgendwie besser, in dem irgendjemand eigentlich im Hintern von jemand anders wohnt. Vermutlich, ja. War bei den drei Filmen nicht so. Aber ich muss sagen, allein, also sowohl City on Fire, der... Wie du ernsthaft auch drauf antwortest, war bei den drei Filmen nicht so. Das haben wir jetzt erwartet, dass die auch... Ja, aber meine Menschen verschwinden im Arsch eines anderen. Menschenquote ist halt noch nicht so hoch. Auf jeden Fall fand ich es erstaunlich, der City on Fire ist ja die Inspiration für Reservoir Dogs. Weil die letzten 10, 15 Minuten einfach mal Reservoir Dogs in kurz sind, ungefähr so. Und da hat Cho Yun-Fat einfach echt Tolles als Polizist an der Covercop, der halt nicht aufhören darf und weitermachen muss und am Ende irgendwie ja, fast schon mit dabei bleiben möchte, obwohl er eigentlich gar kein Bewandtnis dafür hat. Es gibt eine schöne Romanze zwischen ihm und Danny Lee, aber die wird irgendwie nicht so richtig ausgespielt. Stattdessen wird die Romanze mit seiner Freundin da irgendwie ein bisschen länger gezeigt. Das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss aber sagen, Full Contact. Full Contact ist echt inszenatorisch richtig geil. Diese Szene, da gibt es am Anfang, da ist sein Cousin in Schwierigkeiten. Und Cho Yun-Fat kommt aus dem Club raus, fährt da hin und zu sagen, ey hier, ich besorge dir das Geld, was mein Cousin dir schuldet und so weiter, aber jetzt lass ihn mal in Ruhe, was die halt die Schläger nicht machen, sondern sie verprügeln ihn weiter, woraufhin er sich halt in diesen Kampf einschaltet. Und dann gibt es so eine Art Messerkampf. Und es gibt halt wirklich, da gibt es so schöne Einstellungen, wie er rückwärts in den Regen rausgeht und dann so sein Butterfly-Messer, was er den ganzen Film über benutzt, halt so nach links raushält. Und ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, aber ich fand es halt einfach eine geile Einstellung. Dann tropfen diese Regentropfen, die halt von irgendwie dem Vordach irgendwie runterlaufen, tropfen halt alle auf die Klinge von dem Butterfly. Das macht die ganze Zeit kling, kling, kling. Und er verwendet halt wirklich so, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden, um halt diese Tropfen auf diesem Messer irgendwie darzustellen, bevor er halt wieder dann angreift. Und diese Ästhetik, da sind so richtig schöne Perspektiven und Bilder drin, die es halt einfach zu etwas deutlich mehr oder besserem machen, als eben nur so ein Straßengangster-Film, in dem sich ein paar Leute irgendwie umbringen. Also ich muss sagen, die deutsche Titelgebung ist wieder abenteuerlich, aber die drei Filme haben mir echt sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem alle drei, alle drei in relativ schmaler Zeit, 93, 90, 95 Minuten zu Ende erzählt. Super. Dieser Adventurous-Film, ne, wirklich. Also da geht's am Ende darum, dass Andy Lau in einem Hubschrauber ein Auto verfolgt und die ganze Zeit mit Raketen auf das Ding draufschießt, so. Und plus die ganze Geschichte. Er hat die Tochter, er hat eine Affäre mit der neuen Frau und er ist selbst noch irgendwie, muss erst mal zur CIA kommen, so. Alles in 95 Minuten. Dafür würden heute in Hollywood, glaub ich, 140 draufgehen, locker. Ja, so Dante Lam hat immer sehr effizient erzählt, find ich. Ja, Ringo. Also wüsste ich jetzt keinen Film. Ringo. Sorry, Ringo. Aber würde mir jetzt auch kein Film einfallen von ihm? Und ich glaub, schon viele, oder die meisten von ihm gesehen, wo ich dachte, oh, das zieht sich jetzt irgendwie. Also teilweise sind sie halt echt schon zu vollgepackt. Ich weiß auch, dass ich die gesehen hab, ich erinnere mich jetzt auch gar nicht mehr, weil ich hab's ja auch damals gesehen auch so, wo man keinerlei Infoquellen hat oder so und dann irgendwie so denkt, okay, weiß jetzt nicht, warum das der dritte Teil ist, aber so ist es halt. Es gibt keinerlei Bewandtnis, warum dieser Film Cover H3 genannt wird, ja? Er hat noch nicht mal, außer dem Regisseur, ist keinerlei Bezug zu irgendwie den anderen Filmen. Man hat sich früher halt auch nicht getraut, die dann zu gucken, weil man halt dachte, okay, man hat ja die anderen Teile nicht gesehen. Es war halt so, es war ja immer mit den ganzen chinesischen Filmen oder so, die dann so Anfang der 2000er so rübergeschwappt, Ende der 90er, wo man so dachte, ja, okay, weiß jetzt gar nicht, ob ich den gucken kann. Also war ja irgendwie anscheinend Vorwissen voraussetzt, aber es war nicht so. Aber du musst weder Cover H1 noch 2 gesehen haben, um Teil 3 genießen zu können. Das ist eine wichtige Info für dich, schreib dir auf. Ja, mir gemerkt. Gut, ja. Gut, so. Dann kommen wir doch mal zum aktuellen Programm für diese Woche, denn darüber können wir dann mal schließlich aufs Thema kommen. Es sei denn, du hast noch irgendwie, kannst irgendwas Neues berichten? Wo wird man dich demnächst sehen? Mich? Ja. Als nächstes weiß ich nicht, ich hab einen Kinderfilm gemacht im Herbst. Spuk unterm Riesenrad heißt das. Das ist die Verfilmung einer alten DDR-Serie. Guck mal, da haben wir es schon wieder. Wird alles nochmal neu gemacht. Ja, ist so. Aber als Film. Ist ein Film, ist ein Film, ja. Und was war das von der Serie? Also wie lang ist die? Ich kannte die auch nicht, aber ich hab das dann von Leuten gehört, die total begeistert waren. Und scheinbar, wenn man jung in der DDR war, kannte man das Ding. Es geht um so drei Figuren aus einer Geisterbahn, die so lebendig werden und dann Schabernack treiben. Oh, das hab ich schon mal gehört. Ich kenn das auch nur vom Namen, aber alle, die das erwähnen, ist auch immer so, also dem alten sehr positiver Ruf voraus. Deshalb ist wohl, der Film muss auch gut werden, sonst werden sehr viele Leute sehr sauer. Und ich hab mein Bestes gegeben, dass dem auch so wird. Und ich kann da natürlich nichts spoilen, aber ich sag mal so, ich weiß jetzt, dass es ungefähr fünf bis sechs Wochen dauert, bis mein Schnurrbart wieder nachwächst. Das kann ich sagen. Und ab Herbst wahrscheinlich irgendwann im Kino. Cool. Das klingt echt cool. Ach du Scheiße ist ja jetzt nochmal auf DVD und Video rauskommen. Ach du Scheiße, ganz toller Film, hab ich auch kurz mitgespielt. Ist jetzt, genau, ist jetzt auf Amazon Prime und so weiter. Genau. Das ist ein richtig guter Film. Ja. Da freut man sich das echt gut. Hatte ich mal von dem erzählt? Nee. Da ist ein Typ, der ist in einem Dixi-Klo gefangen. Ja. Und der ganze Film spielt eigentlich fast nur in diesem Dixi-Klo, beziehungsweise aus der Perspektive dieses Dixi-Klos. Und das Ding ist, er ist halt in eine Baugrube reingefallen und hat jetzt halt, was ist das, einen riesengroßen Stahl, also was heißt das, diese Stahlstangen, die halt immer wieder in irgendwelchen Betonsäulen drin sind oder so, die steckt bei ihm durch seinen Arm, glaube ich, oder durch seinen Beinen. Eins von beiden. Und er kommt halt nicht aus diesem Klo da raus, aber liegt halt in der Baugrube, die jetzt kurz davor steht, gesprengt zu werden. Oh. Und dann ist es auf 90 Minuten, glaube ich, kommt es zu kopieren. Ja, 90 Minuten ist quasi Echtzeit so. Und es gibt halt ein paar so Sequenzen, die so rausgehen. Und das ist halt mit allen Plotpoints, mit allen Wendungen und so in 90 Minuten in diesem Klo. Es ist halt geil. Das ist super, so Kammerspiel, echt viele gute Ideen. Es zieht sich nie, weil immer wieder was Neues passiert, ohne dass es zu konstruiert wird. Ja, da kann ich auch dazu sagen, beim Dreh hat es da ziemlich gezogen. Das ist ziemlich gezogen. Das ist in der Nähe von Frankfurt gedreht worden. Da war früher wohl ein türkisches Fernsehstudio drin, in diesem Gebäude. Und da haben sie ihr Studio drin gehabt. Und da hat es echt ganz schön gezogen. Das war ziemlich kalt. Das war im März. Und du guckst halt die ganze Zeit... Gerochen? Gerochen? Na gut. Nee, das war kein echter Kurt. Das war... Das ist ja praktisch. Nee. Okay. Du guckst halt die ganze Zeit diesen Film, wie der Typ halt versucht, da rauszukommen. Und ekelt sich hier und da und wundert sich hier und da und lachst hier und da. Und irgendwann kommt er dann plötzlich um die Ecke so. Und du denkst halt, okay, da ist er auch. That's what I do. Ich komme immer um die Ecke. Aber ist das eher so Drama-Komödie? Oder ist das... Thriller? Fiese Komödie. Okay, aber... Also... Das gibt es auch hier Buried mit... Ja, nee, nicht ganz... Nee, also so 127 Stunden mit Comedy-Elementen. Ja, okay. Das ist ein bisschen... Genau, ich meine, er hatte hier halt eine Stange durch und hat ein bisschen Schmerzen und ist ein bisschen lustig. Man will natürlich schon sehen, wie es weiter eskaliert. Also man will schon auch, dass er nicht unnötig leidet, aber natürlich will man auch nicht, dass er jetzt sofort gerettet wird. Also so ein bisschen dieses... Ja, cool. Ich finde, man guckt halt auch... Das ist so ein Film, den du guckst, weil du denkst, kriegt das hin? Kriegt das hin? 30 Minuten so ein Ding ist, klappt das? So, das ist ja auch eine Kunst. Also du schränkst dich kreativ total ein. Also wenn ich heute Abend nach Hause komme, sage ich, Schatz, wir gucken heute Abend Ach, du Scheiße und Buttboy. Ja, warum denn? Dann sagt sie, Scheiße, du gehst nie wieder zum Schranker. Warst du schon wieder bei Kino Plus? Wir machen uns einen romantischen Abend mit einer heißen Schokolade. Und Abführmittel. Aber vielleicht haben wir ja noch... Wie heißt das noch? Pepto-Bismol. Guck mal, Schatz. Aber vielleicht... Die teilen wir uns, die Flasche. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was anderes im Angebot, womit du deine Frau... Ich finde das ganz cool. Was hast du heute mitgebracht zu unserem DVD-Amt? Ach, du Scheiße und Buttboys. Natürlich, also... Themenabend! Sofort ist die Runde eröffnet. Arte-Themen-Arten-Abend. Ja. So, kommen wir mal zur Themenwoche. Und die Lieblingsfilme von KK. So, jetzt reißt du auch. Da hab ich angefangen zu lachen, bevor ich geraffte, dass dieser Fußballspieler-Gemeinde... Ja, genau. Ja, aber KK auch lustig. Ich kenn keinen Fußballer, ich hab nur KK verstanden. Es gibt einen brasilianischen Fußballer, der heißt KK. So, hoffentlich alles andere als KK sind diese folgenden Filme in unserem Supercut. Oder der Supercut an sich. Hast du Superkack gesagt? Superkack. 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 Your beloved Mandalorian! Superkack! Superkack. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hat mir drüber gesprochen, es geht um eine Theateraufführung, Generalprobe und plötzlich steht ein maskierter Killer da und bringt halt alle möglichen Leute um. Ist ein Low-Budget-Film, ne? Ist ein wirklich ultra-low-Budget, deutsches Genre-Kino, der auf jeden Fall seine Schwachstellen hat und auf jeden Fall genug, sag ich mal, Dinge verbessern könnte. Aber man muss sagen, David zieht's durch und macht aus einem minimalen Budget, holt ja meistens eigentlich echt immer das Beste raus. Und im Gegensatz, oder beziehungsweise den Vorgängerfilm haben wir auch gehabt, hier Rapunzels Fluch hieß der, glaub ich. Muss ich sagen, da hat Wolf und die sieben Geißlein schon eine gewisse Steigerung mitgelegt. Also ich find halt auch, dass sie nie langweilen. Also natürlich ist alles so, oder schauspielerisch teilweise ein bisschen hölzern, aber dadurch entsteht halt auch so eine nicht zu verachtende Komik. Und, ja. Hat das was mit dem Wehrwolf zu tun, oder ist das nur ... Nee, das ist nur das Cover, das sozusagen ... Das Cover ist schon ... Also ich würd's Force Advertising nennen. Ist ein bisschen irreführend. Ja, ja, also das ist irreführend. Das erinnert mich so an Dog Soldiers. Ja, es ist, ja, aber er ist leider nicht Dog Soldiers. Es geht eigentlich wirklich um einen Typ in der Wolfsburg. Der war so geil, der Film damals, da hab ich den auch per Zufall im Kino gesehen, weil ich ... fand ich so sensationell. Da haben wir neulich im Podcast drüber gesprochen, weil der ja auch dann so diesen Twist hat, dass man eigentlich erst gar nicht so weiß, worum's geht, und dann auf einmal ... Beziehungsweise es könnte halt so ein richtiger Man on a Mission-Film werden, und dann wird's halt ein Wehrwolf-Film. Also das ist schon ziemlich geil. Und die Idee, dass diese, diese ... Naja, sie versuchen ja mit so einem Fotoapparat ein bisschen Licht ins Niveau zu bringen, dass die Bilder davon, dass die am Ende noch mal im Abspann landen, fand ich ziemlich geil. Und irgendwie doch auch, da hat doch auch irgendeine Fußballmannschaft dann so 6-0 gewonnen oder so, und das ist dann die große Schlagzeile. Und nur, dass die so alle gestorben sind, ist nur so kleiner noch in der Zeitung. Also es war alles sehr angenehm, schwarz-humorig, ja. Ja, Wolfen, die sieben Geißlein, wie gesagt, für Nachwuchs-Filmemacher vielleicht interessant, gibt Hoffnung, und ey, wer irgendwie, sag ich mal, im Genre-Bereich sich viel reinzieht, kann dem auch mal ne Chance geben. Es ist alles andere als ein Meisterwerk, will ich auch gar nicht behaupten. Aber ich find's schön, dass wir solche Sachen hier auch mal vorstellen können, beziehungsweise halt so, genau diese Filmemacher halt auch begleiten auf ihrem Weg, ne? Das find ich, das mag ich. Und passend zu unserer letzten Folge, wo wir unsere Lieblings-Thriller-Krimis und Houdanis vorgestellt haben, jetzt bei Disney Plus erhältlich LA Confidential, Curtis Hansen und Brian, wer ist es? Helgeland? Helgeland. Helgeland, ja. Haben aus dem dicken, fetten Roman einen, ja, Edelkrimi kondensiert, sag ich jetzt mal, über drei verschiedene Polizisten, die in einen Ring aus, ja, Pornos, Skandalen, Mafia und Polizeikorruption stolpern. Und, ja, hochkarätig besetzt, Kim Basinger hat für ihre Nebenrolle einen Oscar damals bekommen, als Edelhure, und ich find den nach wie vor cool. Super. Ich mag den. Ja, ich mag den auch, ja. Was ist denn eigentlich mit, wo ich ihn da gerade seh, mit Kevin Spacey? Offiziell? Macht er immer noch so komische, absurde Videos in seiner Küche? Da kam länger nichts mehr, oder? Und er hat jetzt wieder ein neues Filmprojekt, aber irgendwie sind auch wieder so Klagegerüchte im Raum, also da habe ich leider den Überblick verloren, und es wirkte alles diffus. Also das Letzte, was ich so mitbekommen habe, aber auch nicht wirklich, ähm, nochmal nachgeforscht, oder nicht wirklich nachgelesen, ähm, dass es wohl jetzt so sein soll, dass alle Anklagen fallen gelassen wurden, beziehungsweise... von hier in New York, von dem Jungen, den er angeblich damals, äh, Sexe genötigt hat. Ja, aber auch andere, weil da inzwischen halt doch einige Leute verstorben sind, die geklagt haben, und jetzt halt keine Ankläger mehr da sind. Ja, aber dann kam doch, dass er jetzt wieder in irgendeinem Filmprojekt mitspielt, und ich glaube, im Zuge dessen kamen auch wieder irgendwelche Headlines, dass auch wieder irgendwas aktuell noch im Prozess sich befindet. Aber da bin ich leider auch komplett aus dem Thema raus. Schauen wir mal. Ich fand nur diese Videos, die er dann zwischendurch gedreht hat, in der Küche und auf dieser Parkbank. Obwohl, die sind auf der Parkbank, wo er ja gesagt hat, Leute, sucht euch Hilfe, oder beziehungsweise geht zu irgendwelchen professionellen Menschen, die euch helfen können. Ja, aber dann macht er hier, wie heißt denn deine Figur aus dem Serie? Ja, Frank Underwood. Ja, nee, Frank Underwood, das ist so peinlich. Ja, ja, das fand ich auch also so. Das war so unangenehm, da guckst du und denkst, ja, und so auch so merkwürdig edgy. Ja, ja, genau. Das ist voll jener Quatsch. Egal. Ich glaub, ed ist eigentlich, ich weiß nicht, ob wir den nochmal sehen werden. Nee, also wahrscheinlich auch in, also wahrscheinlich wird er noch immer irgendwo auftauchen, aber nichts mehr, was man unbedingt gucken will. Also wird wahrscheinlich dann einfach in irgendwelchen Auftragsarbeiten, also so als in größeren Produktionen kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Ja, Gina Carano hat's ja zu der Klitsche verschlagen, die hier diesen Run, Hide, Fight gemacht hat. Ja, so, also dass man halt irgendwo landet, weil dann noch Filme dreht, aber ist, glaub ich, nichts. Ja, ich hab letztens so einen Trailer gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, hier, Cuba, Cuba Gooding Jr., ne, der bei Jerry Maguire damals ja so einen Oscar gekriegt hat, der macht, was der für Filme mittlerweile macht, ne. Ich hab so einen Trailer gesehen, wo ich dachte, das ist, ich versteh nicht, wie der da hin, also das ist ja ... Ja, der hatte mal eine Phase, so zwei, drei Jahre, wo er halt einen Flop nach dem anderen gemacht hat, und ich glaub, dann bist du halt auch durch. Also dann bist du so ein Kassengift, niemand besetzt sich mehr, und wenn nicht irgendein krasser Regisseur denkt, hey, den hol ich mal wieder zurück, wie halt irgendwie bei John Travolta damals oder so, dann bist du halt weg vom Fenster. Vielleicht kann er sich durch eine Serie retten oder so, das kann ja immer noch mal passieren. Also ich find zum Beispiel Adrian Brody, der hat ganz gut die Kurve gekriegt, der war ja auch schon wirklich bei diesem richtig C-Film so angelangt, so mit ein paar Streifen, aber jetzt durch hier Winning Time hat er zum Beispiel gemacht, dann war er hier und da in ein, zwei Filmen mit dabei, also der ... Ja, Wes Anderson liebt den ja auch, ne? Der ist ... Also da hat er irgendwie jetzt so ein bisschen wieder die andere Richtung, oder es ist wieder, sag ich mal, etwas mehr in eine Richtung gegangen, in der mehr Aufmerksamkeit kommt, aber so ein Kuba Gulli Jr., ich könnt mir auch vorstellen, dass der dann in diesen Fred Durst-Filmen landet, mit den Backstreet Boys, um irgendwelche Zombie-Western irgendwie zu machen oder so was. Wo wir gerade noch über diese Kevin Spacey oder die schlimmen Videos, habt ihr mal von Anthony Hopkins diese? Was er dann manchmal auf Twitter oder Instagram raushaut, das ist halt auch richtig creepy teilweise. Ja, aber ich fand, was ich geil fand, ist, als er den Oscar gewonnen hat, und dann hat er, er hat doch seine Dankesrede gehalten, so, ich weiß gar nicht, wo er das gemacht hat, auf seinem Golfplatz. Ich glaube, er ist nicht zu Hause oder so. Auf seinem Golfplatz, ja genau. Das war so völlig absurd. Hat auch keiner mit gerendet, dass er ehrlich gesagt hat, er ihn kriegt, aber ich fand's trotzdem ... Aber stimmt, das ist ... Wie er mit sich selber Tango tanzt, ist er so richtig, also ich glaube, er macht das schon selbstironisch, aber ich find's so die Aufgründe ... Weil er so ein guter Schauspieler ist, merkst du's dann nicht mehr, oder was? Na, ich weiß nicht, aber es ist halt alles gruseliger, als alles, was er in Schweigender Lämmer gemacht hat, find ich, also wie psychopathisch er teilweise rüberkommt. Auf der anderen Seite, hey, wie alt ist der jetzt, auch ein paar und 80? 117. Ja, gut. Der denkt sich halt auch, was soll's. Ja, ja, na klar, aber es ist immer, wenn ich die Videos seh, denk ich immer so, wow, das ist schon ganz schön irre. Wenn es Spaß macht, dann ist es wahrscheinlich ... Machst du halt was. Ja. So. So. Kommen wir zu den Streaming-Mediatheken-Tipps. Was haben wir? In der Dreiseit-Mediathek haben wir der Knochenmann. Das ist der dritte Film der Brenner-Filme mit Josef Hader in der Hauptrolle, der eigentlich nur, sag ich mal, so eine Art, äh, äh, was war das, wenn jemand so eine Art ... Ich glaub, das ist so ein Vollstreckungsauftrag. Irgendjemand hat Schulden. Mhm. Und er soll die Schulden halt irgendwie eintreiben. Ja, so ein Kaso-artig. Genau. Und, ähm, versucht den Mann, den er halt da irgendwie um Kohle erleichtern soll, versucht er ausfindig zu machen. Dessen Auto steht vor einem Gasthof. Und keiner weiß, wer er ist. Also, niemand hat Ahnung, woher dieses Auto kommt oder beziehungsweise was mit dem Besitzer geschehen ist. Aber das findet Brenner halt irgendwie ein bisschen komisch. Und ist plötzlich dann wieder mittendrin in irgendeinem, in der, sag ich mal, sehr absurden, knochentrockenen und halt auch mörderischen Angelegenheit. Und für mich, von den Brenner-Filmen, die ich bislang gesehen hab, und das sind, glaub ich, drei von vier, ist das mein Lieblingsteil. Mhm. Finde ich richtig gut. Weil dieses Bocklose von dem Mann ist einfach nur großartig. Der will eigentlich nie irgendwie in so Fällen ermitteln. Und trotzdem wird er immer mit reingezogen und macht dann halt einfach weiter. Und echt cooler Cast mit hier Moretti, mit Minichmeier und so weiter und so fort. Also, von mir ne absolute Empfehlung. Das ist österreichisches Kino at its best, meiner Ansicht nach. Schön böse, schön trocken. Und Hader oben drauf. Passt. Ja, mega. Mega. Dann haben wir hier Forbidden Empire oder Fürst der Dämonen. Jetzt fragt ihr euch, warum hab ich den aus der Tele5-Midiathek rausgekramt? Weil wir vor einiger Zeit, wir haben so, glaub ich, über die Fortsetzung gesprochen. Das war dieser Film mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger. Ah! Das ist der erste Teil. Ah, okay. Ach, das ist ja cool. Über den Kartografen Jonathan Green, der halt hier in ein Dorf in die Ukraine kommt und dort zwischen so dämonische Machtkämpfe mit Hexern und was weiß ich und religiösen Eiferern und so gerät. Das ist halt der erste Teil. Also, falls jemand mal Bock hat, wie hieß der? The Mask? The Iron Mask? The Man with the Iron Mask. Das ist das Ding, wo Arnold Schwarzenegger dieser Gefängniswärter ist. Genau. Und wie gesagt, das ist die Fortsetzung. Und ich hab... Nee, das ist der erste Teil. Das ist der erste Teil, Entschuldigung. Aber empfiehlst du ihn, weil es der erste Teil ist oder weil man den auch gucken kann? Oder weißt du's gar nicht? Ich weiß es nicht. Ach so, okay. Kannst du den gucken? Ja, deshalb hab ich das alles nicht verstanden im zweiten Teil. Wir haben ja natürlich das. Ja, natürlich. Natürlich, ja, das ist ja oft bei so Big Quatscheln. Das hab ich allen nicht. Das wird mir wahrscheinlich die Clues geben. Also, der ist schlecht, natürlich, aber gut. Also, auch wie dieser Man with the Iron Mask, wo man ja auch die ganze Zeit denkt, was zur Hölle passiert hier? Wie sieht das teilweise so spektakulär aus? Und dann wieder so unglaublich fresh. Ja. Schwarzenegger hatte so einen Zopf oder so. Ja, ja. Der hatte diese Locken, diese Knochen. Ja, genau. Stimmt. Und da passieren halt auch Sachen, wenn man die jetzt so erzählen würde, würde man denken, das stimmt nicht. Und dann sieht man's und denkt sich, wow. Ich habe eine Inhaltsangabe und ich bin halt drüber gestolpert, weil, werdet ihr gleich erfahren, aus der, wo war das, bei den Kollegen von TV-Spielfilm hab ich gelesen und die musste ich mir dann doch mal ziehen, weil ich mir gedacht hab, ist das Absicht oder ist das nur Zufall? Anno 1701 landet der englische Kartograf Jonathan Green in einem Dorf in der Ukraine, wo er in dämonische Machtkämpfe zwischen weltlichen und religiösen Eiferern gerät. Bald wimmelt es vor schröcklichen Kreaturen. Und keiner blickt mehr durch. Humor, atmosphärische Ausstattung, solide Tricks machen den Mondzauber aber erträglich. Da steht wirklich schröckliche Kreatur. Hm. Und ich würde entweder behaupten, es ist ein Schreibfehler oder ... Jemand weiß, dass du auf sowas stehst. Ja. Und hat dich geködert. Ja, so ein Liebesbrief, ein heimlicher. Ja, genau. Ein Hilferuf. Ja, vielleicht hast du dir die ganze TV-Spiefe angeguckt. Vielleicht gibt's da noch mehr Referenzen. Wenn du's zusammenpackst, ist es ... Hol mich hier raus. Ja, genau. Hol mich hier raus. Alles geht unter. Und auch gucken, ob so die ersten Buchstaben, wenn du die runterliest, ob da nicht auch so Botschaften drin sind. Ja, genau. Und vielleicht musst du dann die Buchstaben umdrehen und dann gleichsetzen mit den Zahlen. Nach der Nummer im Alphabet. Irgendwie findest du was, bestimmt. Beim nächsten Ringo-Lamb-Film, der im Fernsehen kommt. Genau. Weil der wird ja auch ... Oder sie wird ja auch hier die ganze Zeit zugucken. Und dann rufst du uns 2026, wenn du's gelöst hast, uns drei an, kommen wir dazu. Und dann können wir das noch mal ... Ja, genau. Liebe TV-Spielfilme, ich werd mich nachher bei euch melden. Nein, du sollst dich nicht bei ihm melden, du sollst es entziffern. Ja, aber außerdem ruft da jemand heimlich nach Hilfe, der wird bei TV-Spielfilmen im Relationsgebäude gefangen gehalten. Das ist alles geplant, ey. Alles verneinen. Nö, hat keiner gemacht. Genau. Zufall, da kannst du dich drauf verlassen. Die werden die Leiche einfach in die Papierpressmühle reinwerfen. Ich kenne ein paar Leute bei der TV. Ja, nee, weißt du was wir machen? Wir drehen das parallel mit. Weil vielleicht könnte das echt ein geiler Doku-Film werden. Ja. Dann rufst du jetzt direkt an. Ja. Live. Live. Nein. Vorher rede ich noch kurz über Thelma oder Thelma von Joachim Trier. Über eine junge Frau, die ihr norwegisches Elternhaus in der Einöde verlässt, um halt in der großen Stadt zu studieren. Welcher großen Stadt? Oslo. Das war auch Teil von dieser Oslo-Trilogie von Joachim Trier. Hast du nicht die Oslo-Trilogie gesehen? Ist ja gut, jetzt hör mal auf. Also. Ja, sagen wir, der schlimmste Mensch der Welt. An Lesserin-Thelma und der dritte. Leider auch. Und sie verliebt sich in eine Kommilitonin. Und das führt aber zu dem Freisetzen mysteriöser Kräfte. Ja. Fand ich gut. Der ist super. Ja. Gut gespielt. Hauptrolle ist toll. Ja. Geile Kamera, also geil inszeniert. Und dann steckt da auch eine Geschichte dahinter, wo man am Ende echt schlucken muss. Also fand ich ganz gut. Ja. So, dann haben wir noch ein Klassiker. Es geschah am helllichten Tag. Boah. Ja. Was ist denn mit Casting? Komm mal gleich. Komm mal gleich. Es geschah am helllichten Tag mit Heinz Rühmann, der als Ermittler auf der Jagd nach einem Serienmörder ist. Bevor wir noch zum vierten Mal unterbrechen. Aber wie du dann noch auf Casting als letztes kommst, da bin ich jetzt schon gespannt. Ja. Und er quartiert sich in eine Tankstelle ein, weil alle Morde sind an derselben Bundesstraße passiert in der Schweiz. Und er nimmt dann noch eine Mutter und ihre Tochter bei sich auf als, ja, vermeintlichen Köder für eben diesen Serienkiller. Ist vor allem legendär geworden durch Gerd Fröbes, ähm, sag ich mal, Darstellung des psychopathischen Mörders. Na, Schoko-Igel? Ich weiß noch, dass ich den Film gesehen hab, als, keine Ahnung, Kind, mit einem Zehn oder sowas. Und der, echt, da hab ich so, also ich hab richtig Angst gehabt. Ja. Ich finde, Gerd Fröbel ist, perfider kannst du's gar nicht machen. Und auch super inszeniert, wie er halt so riesig immer wirkt, weil diese Kamera von unten, alles super. Ich weiß das auch noch, aber ich sag's euch trotzdem, auch im, es gibt ja nun einige Neuverfilmungen. Mit Joachim Krohl und mit Jack Nicholson kenn ich, die beiden. Gerd Fröbel ist immer noch der beste Hotzenplotz, würd ich sagen. Wollde ich sagen. Achso. Joachim Krohl hat Hotzen, was? Nee, du hast es eben geschah am helllichten Tag. Aber ist der neue Hotzenplotz nicht auch so toll? Das weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen, aber für mich, Gerd Fröbel war so ein guter Hotzenplotz, ich möchte gar keinen anderen Hotzenplotz sehen. Okay. Das stimmt, aber. Aber ich, vielleicht hab ich das auch falsch im Kopf, aber es geschah am helllichten Tag, war vor oder nach Goldfinger? Bist du eigentlich davor, oder? War doch davor. Oder ist der nicht aus 58? Also, ich würde auch sagen, wenn ich nehm auch, der ist davor. Der ist davor, ne? Weil, weil, weil das hat ihn ja, glaub ich, auch für, für die Brokkolis so spannend gemacht. So hab ich die Geschichte zumindest noch im Kopf, dass sie ihn da einsetzen wollten. Der nämlich auch, das, glaub ich, es geschah am helllichten Tag, ist doch auch von irgendjemanden extrem Bekannten produziert. Äh, produziert weiß ich nicht. Ich glaub, Dürrenbad ist das Drehbuch. Ja, Dürrenbad ist das Drehbuch und ich glaub, dieser André Vaja oder so, irgendein heunischer, russischer Regisseur, der auch schon, ah, dann kommt es gefährlich halt, weil wir im Flugmodus sein müssen. Sonst könnte ich ja jetzt, außer du, weil da ich der Schlüsseldienst anrufe. 58 und der Regisseur ist Ladislau Weider. Weider, ja. Weider, ja. Okay. Dann Ladislau, André Ladislau, kann man schnell verwechseln, ja. Und der hat, was hat er noch gemacht? Ne, momentan nichts, was ich jetzt so auf Anhieb sage, ah, der. Jetzt geh ich doch auch mal kurz ins Internet. Ja. Ähm, und 58 ist der Film entstanden. Das war vor, Dings. Der war nur 62, 63, irgendwas, Goldfinger, kann es sein? Goldfinger war 64. 64. 64. Ja, weil es gibt doch diese Geschichte auch von Gerd Frübel, dass die ihn ja unbedingt wollten, er konnte ja kein Wort Englisch, ne. Und dann mussten die ja, glaub ich, noch selbst dubben, ne, in Englisch. Ja, genau, und er wollte ja so unfassbar viel Geld, ne, also, die wollten eigentlich jemand anderes für, für, ähm, für Frübel, und dann hat Gerd Frübel immer wieder nachverhandelt, nachgedrückt, dann haben sie gesagt, scheiße, das geht uns richtig auf den Sack, obwohl ich Gerd Frübel auch in Goldfinger großartig finde. Ey, also, wenn es ein Bond-Würselig gibt, auf den sich sehr viele Leute einigen können, der auf jeden Fall zu den Denkwürdigsten gehört, dann ist es Gerd Frübel und Goldfinger, ne, also, da, äh, würde ich jetzt aber auch keine ... Mr. Bond. I expect you to die. Aber krass, hättet ihr gewusst, wie Gerd Frübel in dem Film heißt, weil ich das jetzt zum ersten Mal ... Es geschah am herrlichen Tag. Ulrich Goldfinger? Ne, Albert Schrott. Albert Schrott. Ja. Sonst gibt es auch Frau Schrott. So, jetzt gehen wir rüber zu Casting. Ja, ich geh mal rüber zu Casting. Casting ist ein Film, den hab ich damals im Rahmen unserer Tätigkeiten für den Deutschen Filmpreis erstmals gesehen, weil der da mal nominiert war, und ich hab seitdem nichts mehr von diesem Film gehört. Ähm, und ich weiß nicht, ob der ... Also, ich glaub, Uke, der müsste für dich einfach, falls du dich noch nicht gesehen hast, einfach ein echt sehr sehenswertes Ding sein. Es geht hier um eine Neuverfilmung der bitteren Tränen der Petra von Kant, ja, von Fassbinder. Und ja, es geht um ein Casting. Da kommen halt Leute zusammen und die Regisseurin kann sich nicht entscheiden, wer die Hauptrolle spielen soll. Und dann gibt's eine Darstellerin, die ist schon sehr renommiert und ärgert sich, dass sie jetzt schon zum vierten Mal hier eingeladen worden ist und versteht nicht so ganz, warum sie mit ihrer Reputation noch mal vorsprechen muss und so. Und die Regisseurin will sich halt nicht darauf einigen. Und dann gibt's dann ihren ... Gibt's den Anspielpartner? Ja, der selbst davon träumt, irgendwie in dem Stück unterzukommen, beziehungsweise selbst davon träumt, irgendwie mal ein richtiger Darsteller zu werden und nicht einfach nur der Anspielpartner für alles. Und das zeigt halt auf sehr, nicht unbedingt böse, aber auf sehr nüchterne und verständliche Art und Weise, wie so ein Casting halt abläuft und welche Machtstrukturen bei solchen Castings immer mal wieder auftauchen oder generell beim Filmdreh, ja. Man möchte nie zu weit nach vorne gehen. Man hat immer, irgendwie versucht man immer irgendwie den kleinen Vorteil, den man hat irgendwie auszukosten oder halt eben die höhere oder die Machtposition irgendwie auszukosten. Oder gleichzeitig drückt man sich vor Verantwortung und Entscheidungen, weil die Regisseurin zum Beispiel auch die ganze Zeit irgendwie Angst hat, dass jetzt ihre Redakteurin vom Sender, dass die irgendeine Rolle aufdrückt oder dass der Produzent irgendwie kommt und sagt, nee, wir nehmen jetzt den und den Darsteller und so. Und das ist meiner Ansicht nach alles sehr gut beobachtet und auch, ja, sowohl böse wie witzig so. Also seit dem Deutschen Filmpreis nichts mehr davon mitbekommen und ich muss sagen, ich fand den echt gut. Also ich guck den, ich guck den gerne und hab mich sehr gefreut, dass der jetzt quasi in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Und eben, ich denk mal ... Ja, klingt ja ganz gut, ja. Hier mit, wie heißt die, Andrea Sawatzky ist noch mit dabei und so. Und das passt alles wirklich wie die Faust aufs Ause. Also deswegen, kleiner, weiß ich nicht, unbekannter Tipp so meinerseits. Ja, cool. Kann man sich mal geben. Ja. So, damit wären wir bei den Kinostarts. Und bei einem Film, der es nicht in den Supercut geschafft hat, das tut mir ein bisschen leid, das hab ich ein bisschen verpeilt, aber heute startet auch Warsailer. Das ist der norwegische Oscar-Beitrag. Also der ist nominiert für den besten ausländischen Film, ist der teuerste norwegische Film aller Zeiten, handelt von zwei Brüdern oder zwei Freunden, die halt, ja, auf ein Handelsschiff gehen während des Krieges. Und, ähm, der Film schildert so gesehen ihre Erlebnisse auf dem Schiff, während U-Boote angreifen und Schlachtschiffe vorbeikreuzen und so weiter. Und zeigt aber auch parallel dazu noch die Familie der beiden, wie der Krieg halt auf sie, sag ich mal, einwirkt. Geht 150 Minuten, ähm, umspannt eine riesengroße Zeit, also geht bis ins Jahr 1972 rein und soll halt, wie gesagt, von den Bildern, vom Aufwand her, und echt, echt ein sehenswertes Ding sein. Wie heißt der, wie heißt der Typ? Welcher Typ? Schauspieler? Den man eben gesehen hat, dieser Jüngere. Oje, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenn die beiden. Der. Ähm, ich kenn die beiden Namen Christopher Jone und Pals wäre Hagen. Ich kenn die Darsteller nicht. Woher, ich kenn den irgendwoher. Also die Frau ist doch die aus der schlimmsten Mensch der Welt, ne? Ist das sie? Uh, hm. Das glaube ich. Ja doch, das ist sie, oder? Das ist sie, ja, stimmt so, ja, tatsächlich. Ja, also ihr seht's, es ist schon ein gewisser Aufwand dabei. Und, äh, ich bin interessiert. Also ich hab echt Bock auf den. Ich hab wenig drüber gehört, aber alle, die drüber gesprochen haben, waren sehr beeindruckt und, ja, erwartbar soll's halt ein richtiger Downer sein. Ja, gut. Ey. Ja, bei Kriegsfilmen auch anders. Also dann Double Feature, War Soldier und, äh... Ja, Christopher Jone ist aus Revenant und Mission Impossible Fallout, aber ich wüsste nicht, was sie da... Ja, siehste, Dariq. ...dann kennst du ihn wahrscheinlich Dariq aus Fallout, ne? Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ja, also War Sailor, ich, ich hoffe, ich schaff's ins Kino, weil ich hätt'n Bock, den auf der Leinwand zu gucken. War Sailor, Entschuldigung. War Sailor, ja. 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 So, was haben wir dann? Dann haben wir Titanic, wird noch mal, wo wir schon bei Schiffen sind, äh, wird Titanic heute noch mal wieder aufgeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob's die 3D-Fassung ist, ich geh aber stark davon... 3D und HFR, wo ich gar nicht weiß, was alles, also ich hab's auch nur im Vorschau-Ding gesehen, dass es aber ne HFR-Fassung geben soll. Aber kann ich da noch mal eine Sache sagen, ne? Ich bin ja einer derjenigen, der den Film nicht direkt zum Stark sehen hat, sondern relativ spät erst danach. Ich auch. Céline Dion, Céline Dion hat mir das total versaut, ne? My Heart Will Gone, dieser Song ist mein, tut mir leid, ist mein, äh, Hass ist ein zu starkes Wort, ich mag diesen Song nicht und den die ganze Zeit rund um diesen Kino schlafen, rauf und runter, egal welchen Radiosender du eingeschaltet hast, hast du den ganz, ich, ich hatte da so ne Aversion da rein zu gehen, weil ich dachte, wenn die das Ding einmal spielen, dann brech ich hier in den Kinosaunen. Ja, das, ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich auch. Das ist so ein Film, wo ich sagen würde, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber es ist ja immer interessant, wenn so ein Film zu so nem Megaphänomen wird, so, dann muss man sich das ja schon irgendwie angucken und wissen, worum's da geht. Ja, und warum er überhaupt zu diesem Phänomen geworden ist. Genau, ist einfach auch faszinierend. Und das ist doch jetzt gerade, ne, dass, dass Cameron jetzt nochmal irgendwie so ne Doku gemacht hat, wo er mit beweisen will oder bewiesen hat, alle haben sich aufgeregt, dass mit der Tür, dass, dass er untergeht und sich nicht schubst, da war irgendwie eine Doku dazu. Ja, sowas ist halt geil in dem Ding, ne. Also, Menschen sterben, gell? Menschen fallen runter, Menschen fallen runter, sterben ist nicht das Wichtige an dieser Szene. Das mit der Tür macht mich ja, da hab ich ja mein Film-Fights-Trauma, wo dann alle gesagt haben, ja, gibt's schon ein YouTube-Video drüber, wo das widerlegt wird und dann wird da auf Basis dieses YouTube-Videos wurde argumentiert, dass die das damals auch hätten wissen müssen und ich bin dann gar nicht gegen angekommen, dass das totaler Quatsch ist. Natürlich lässt sie ihn einfach absaufen, weil er halt so ein armer Prolljunge ist und sie Angst hat, sich vor ihren Freunden zu blamieren in New York. Doch, das hast du früher auch gesagt. Das ist so ein richtiger Klassenunterschiedsfilm, das ist ein richtig ekelhafter Meta-Kontext in dem ganzen Film. Aber nichtsdestotrotz eine Kraftanstrengung, obwohl ich immer noch glaube, weil die Theorie... Ich werde auch abgesoffen. Ja, aber du hast ja gesagt, er macht das extra, weil er... nicht... Er sieht die Aussichtlosigkeit dieser Beziehung. Ja, genau, weil er wollte nicht damit nach New York kommen und dann irgendwie von ihr verlassen werden und dann... Ja, die hätten sechs bis acht Wochen da durchgehalten. Aber bringst du dich deswegen um? Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Besser als New York. Besser als die New York-Hupperklasse. Ja, eben, ja. Besser als die New York-Hupperklasse. Die farblich herausstechenden Jungs hier in der Runde. Dann ist es halt ein bisschen scheiße für dich und ein bisschen Liebeskummer, aber dann geht's dann hard will go on, weißt du? Dann geht's halt weiter. Genau. Dann heuerst du bei den Gangs von New York an und dann machst du halt... Ja, das wäre... Das wäre seine Chance gewesen. Das wäre eben, ja. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ertrinken in kaltem Wasser ist richtig... Ich glaube, das ist nicht geil. Ich könnte es mir auch nicht so gut. Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Also, es gibt besseres, das stimmt. Es ist bestimmt... Ertrinken im warmen Wasser ist bestimmt ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Nee, aber... Nee, ich glaube, das dauert länger. Das dauert länger. Ich war letztens in sehr kaltem Wasser. Aber, ähm, das ist schon sehr unangenehm. Wie kalt war das? Ich weiß es nicht. Es war so kalt, dass ich nach... Also, ich war in Südafrika und das ist ja so, in der Nähe von Kapstadt ist es halt sehr nah am Südpol und ich bin dann da ans Wasser. Ja, da kannst du gar nicht kalt sein. Innerhalb von... Doch, da ist der Südpol gleich. Und innerhalb von einer Minute spürst du deine Hände, Hoden und Füße nicht mehr. So, und dann will es eigentlich auch nicht mehr. Und deshalb fühle ich dieses... Spürst du deine Hoden? Spürst du jetzt gerade deine Hoden? Ja. Okay. Nehme sie wahr. Ich hab halt ein Körperempfinden. Was für ein Kerl oder Dardoch. Spürst du in dieser Sekunde deine Hoden? Ja, aber ich hab gerade so überlegt, ob ich bewusst meine Hoden wahrnehme oder irgendwie... Kannst du dich auch einzeln bewegen? Es ist jetzt die nächste Frage. Das ist doch eine gute Einschlafübung. Du musst deinen Geist in irgendeinen Körper fangen. Meditation. Du musst versuchen... Nee, das ist Qigong. Du kannst die ganze Kraft auch in den Finger gucken. Ja, aber wenn du es schaffst, deine Mentalität oder deinen Geist irgendwie zum Beispiel deinen kleinen Fußzeh zu verbrachten oder verlagern... Du wanderst einmal durch den ganzen Körper, durchcheckst alles so und irgendwann hast du dann ein Bewusstsein für deinen ganzen Körper. Und spürst du deine Hoden jetzt gerade nicht? Doch, jetzt gerade schon, weil wir über meine Hoden sprechen, aber ansonsten... Siehst du? Also funktioniert's noch. Können wir einfach weitermachen. Ja, wir machen weiter. Mit weniger Hoden. Von Titanic zum Spüren. Mir ist doch keinig, meine Hoden verschwinden fast in meinem Hintergrund. Das könnte der zweite Teil sein. Nach Butt-Boy, der nächste Film. Kommen wir jetzt mal zu was Ernstem, liebe Freunde. Festige. Klöten, Junge. So. Kommen wir zu was Ernstem. Ja, zu einem wirklich ernsten Film. Nämlich Die Aussprache oder Woman Talking. Der neue Film von Sarah Polly. Wer nicht weiß, wer Sarah Polly ist, das ist die Krankenschwester aus dem Remake von Dawn of the Dead zum Beispiel. Ach so. Ach so. Ja. Oder die Hauptdarstellerin aus Mein Leben ohne mich. Oder Polly. Oder eine der Hauptdarstellerinnen aus Go zum Beispiel, den wir auch schon mehrfach empfohlen haben. Und hier geht es um eine Mennonitengemeinde oder Kommune, die, ja, wir erfahren es schon direkt zu Beginn, mit ihren Frauen wirklich Schlimmes anstellt. Die Frauen werden dort reihenweise betäubt und vergewaltigt oder auch ansonsten misshandelt und kleingehalten und wirklich einfach auf der untersten Existenzstufe, ja, gehalten, wirklich. Und eines Tages hat aber eine Frau, so beginnt der Film, sich gewehrt und hat halt einen der Männer attackiert. Das sieht man hier in dieser Szene. Und daraufhin wird dieser Mann inhaftiert. Und alle Männer dieser Mennonitengemeinde gehen jetzt halt los, um ihn da gemeinsam frei zu kaufen. Was den Frauen, und das ist die eigentliche Handlung des Films, was den Frauen jetzt halt Gelegenheit gibt, in der Zeit, in der alle Männer weg sind, einmal zu diskutieren, was machen wir? Lassen wir das weiter mit uns geschehen? Oder hauen wir ab? Also gehen wir hier kollektiv alle weg? Oder bleiben wir, um zu kämpfen, um für unsere Rechte einzustehen und vor allem auch, um zu verhindern, dass die nächste Generation genauso wird, wie eben die Generation, die gerade ja, so ein richtiges, ja, Joch ausübt, so, ja. Spielt das in der Gegenwart? Und das ist das Ding. Ähm, es ist kein, es ist wirklich, es ist kein Geheimnis. Der Film ist tatsächlich, also die Geschichte basiert auf einer, äh, auf einem Ereignis, das sich im Jahr 2010 zugetragen hat. Und, äh, sind das Mennoniten oder sind das Amisch? Mennoniten sind es. Okay. Ja, nur du denkst am Anfang, der Film macht's auch ein bisschen, der versucht's ein bisschen zu kaschieren, du denkst am Anfang wirklich so, ja, das könnte jetzt auch im 18. Jahrhundert oder, äh, 19. Jahrhundert irgendwie sein. Wie bei einem Film von einem der Regisseure, den wir auch gleich. Ja. Genau. Ja. Und, und, ja, genau. Ähm, aber so nach und nach siehst du halt Pflaster oder die eine Dame holt ein Gebiss raus, wo du halt eindeutig erkennen kannst, dass das halt eben nicht aus irgendwie einem früheren Jahrhundert sein kann. Und irgendwann kommt halt auch mal. Aber damit spielt der Film sozusagen. Nur, nur ein bisschen. Nur ein bisschen, ja. Ähm, und irgendwann kommt halt ein Auto da in die Szenerie reingefahren und du merkst halt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall deutlich moderner. Und dann aber, das ist nicht das Entscheidende. Oder beziehungsweise das ist nur ein Faktor, der dann halt das verstärkt, was eben das Kernthema dieses Films ist. Nämlich diese Frauen, die sitzen in einer Scheune. Es sind so, keine Ahnung, vielleicht zehn Frauen ungefähr oder acht Frauen, die halt darüber beraten, was sie jetzt machen und abstimmen und irgendwie alle Argumente pro und kontra irgendwie für eine Flucht oder beziehungsweise für eine Abreise irgendwie gegeneinander abwägen. Und dann erfährst du halt im Laufe dieses Gesprächs, dieser Diskussion, was diesen Frauen alles passiert ist. Und es ist wirklich, ich fand's bitter. Ich fand's einfach nur bitter. Und der Hauptteil ist tatsächlich dieses Gespräch. Dieses Gespräch. Das ist so ein Kammerspiel mit so Flashbacks. Genau, genau. Und die Flashbacks sind aber auch noch ganz gering. Ja, man sieht halt wirklich nur wenig. Also man bekommt jetzt nicht so, das Elend wird nicht unbedingt gezeigt, sondern das kriegst du immer nur eigentlich anhand der Erzählungen mit so. Und es ist wirklich, was mich halt zum einen in diesem Film echt erstaunt hat, ist, wie diese Frauen ernsthaft und wirklich vernünftig argumentieren dafür, wie sinnvoll es ist, da zu bleiben oder wie sinnvoll es ist, den Männern zu vergeben und was diese Vergebung eigentlich bedeutet, weil diese Vergebung ist ein großer Bestandteil ihrer Religion und so weiter und so fort. Und sie aber dann trotzdem diese Religion auch infrage stellen, wenn sie sich halt dann überlegen, naja, wieso soll ich diesen Menschen vergeben, die mir halt mein ganzes Leben lang nur Gräueltaten angetan haben. Und das fand ich wirklich, also ich fand das war, ich bin da mit einem echt miesen Gefühl aus diesem Film rausgegangen, wenn du halt dann noch realisierst, dass das halt alles gerade mal 13 Jahre her ist. Genau, also ist das ein wichtiger Faktor für den Genuss dieses Films, dass man weiß, das ist eine wahre Begebenheit oder ist das auch eine interessante philosophische Diskussion über Glauben und Glaubensysteme? Genau, das was mich halt auch dann noch darüber hinaus immer echt erschrocken hat, ist, dass diese Frauen noch wahrhaftig oder beziehungsweise ernsthaft und hartnäckig an dem Glauben an Gott oder an einem Herrn der Güte und Erlösung festhalten so. Ja, das fand ich wirklich, was die da schildern und was da durchsickert in diesen Erzählungen, das wäre für mich, das wären für mich alle Gründe zu sagen, es gibt keinen Gott. Ja, es gibt nur den Menschen und der Mensch kann halt wirklich einfach verdammt grausam sein. So, und das würde mich an allem zweifeln lassen so. Und ich fand's wirklich, ich fand es gut. Ich fand es einen sehr guten, interessanten Film. Hier und da versucht Sarah Polly inszenatorisch mal so ein bisschen was aufzugreifen. Der Film hat eine sehr, ich weiß nicht, ob ihr das im Trailer erkennen konntet, sehr entsättigte Farbgebung, ist alles sehr trist und farblos so. Ähm, muss meiner Ansicht nach nicht unbedingt sein. Versteh ich aber, warum das so ist. Und dann versucht sie aber auch innerhalb dieses Kammerspiels, wenn sie halt in der Scheune sind, schon hier und da so ein bisschen Kamerafahrten, Perspektivwechsel und so weiter, die meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt notwendig sind. Also, wenn man so Filme anguckt, wie die Zwölfgeschworenen zum Beispiel und so, da merkt man auch, das geht. Das geht. Du brauchst halt gute Darsteller und da hast du gute Darsteller. Jesse Buckley, äh, Francis McDermott spielt jetzt nicht unbedingt die größte Rolle. Oder, ähm, Unimara. Mhm. Und Ben Wischow, die machen alle, legen alle eine gute Leistung ab. Und auch die wenigen, sag ich mal, Szenen, die du mit Francis McDermott hast, die reichen, um zu sehen, was da für eine Lebensgeschichte hintersteht. Also, du musst einfach nur ihr ins Gesicht blicken und du weißt genau, was bei dieser Frau los ist. Stark. Wirklich stark. Aber ist der, wie ist das jetzt hier, hat er nicht eine Nominierung auch gekriegt? Der hat mehrere Nominierungen. Mehr, ne? Also, wirklich, kein leichter Film, kein, kein Feelgood-Film, aber ich muss sagen, ich fand es einen guten Film. Ja. Ich find's halt erschreckend, was du auch gefragt hast, Ucke, diese Geschichte, dass das so mittelalterlich daherkommt und dann doch in der Gegenwart spielt. Und dass man, ich find ich, sich zeitweise, also die Frage wirklich stellen muss, und das ist ja nicht nur so etwas, sondern wie viele Glaubensrichtungen es gibt, äh, oder auch, sag ich mal, die so heutzutage immer noch existent sind, ähm, wo so etwas passiert. Ich hab letztens diese Doku gesehen, äh, Bigger Than Us, hab ich, glaub ich, drüber, hab ich drüber gesprochen. Ähm, es ist, äh, ein junges Mädchen, die schon, die auf, äh, Bali lebt und die mit ihrer Schwester schon mit, äh, in Teenagerjahren angefangen hat, Plastikmüll zu sammeln und mit Freundinnen und sowas. Und dann haben sie angefangen, so auf Bali überall in den Schulen sozusagen Unterricht zu geben, was man machen kann, um die Umwelt zu retten. Und die trifft so weltweit unterschiedliche, äh, Männer und Frauen in ihrem Alter, die schon früh Dinge getan haben und da reist sie nach, nach, äh, Afrika, ich kann jetzt leider das genaue Land nicht mehr nennen und trifft so ein 20-jähriges Mädchen, ähm, die, äh, Frauen hilft, ähm, äh, sich gegen sozusagen, äh, die, die, die Männerwelt zu behaupten, weil die in Camps gehen aufgrund des Glaubens, wenn die Menstruation einsetzt und werden von den Männern vergewaltigt, weil angeblich sie dadurch zur Frau gemacht werden und ganz viele Mädchen in jungen Teenagerjahren halt schwanger sind und das Kind kriegen und dann halt nichts mehr machen können, ne? Also sozusagen nur noch Kinder großziehen und gar keine Möglichkeit haben mehr auszubrechen und sie beschreibt eben auch, dass sie, äh, zeitweise, äh, sie kämpft dafür, dass die Bildung bekommen und in Schulen gehen können, aber die müssen dann halt teilweise vier, fünf Kilometer gehen zur Schule und dann warten die Männer halt am Straßenrand und vergewaltigen die, die Kinder. Das, äh, also sie erzählt das und ich hab das angeguckt, ich hab, ey, ich hab, ich hab, ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen und ich dachte, das passt, das passiert heute, ne? Also, so wie der fiktionale Film ist das halt zusätzlich auch so eine reale Geschichte. Da, da frage ich mich, was du eben gerade gesagt hast, das ist, wie barbarisch, ne, Menschen immer noch sind, ne? Ja, aber halt durch dieses Regelset, sei es jetzt Tradition oder Religion, ja auch da gar nicht rauskommt, das zeigt die Aussprache ja auch, dass sie quasi ja gar nicht da raus können, weil die Religion ihnen vorgibt, das erst mal zu erdulden oder wenn sie's nicht mehr erdulden können, dann zu verzeihen, also du bist ja quasi in so einem, ja, in so einer Quadratur des Kreises irgendwie gefangen. Ja, also das ist so ein Realitätstunnel oder so. Und da fand ich, da fand ich dann auch spannend, die Frage, ne? Was bringt Vergebung, wenn sie verpflichtend ist? Ja, ja. Ja, wie, wie, wie ehrlich und aufrichtig ist Vergebung, wenn du dazu gezwungen bist, zu vergeben, weißt du? Also wenn du nicht aus freien Stücken ... Ja, wenn's halt nicht von innen kommt. Genau, wenn's nicht von innen kommt. Also da sind wirklich echt, da sind spannende Denkansätze und auch was die Frauen so was wirklich alles ausdiskutieren, wo ich denke, ey, Leute, ich wär abgehauen, einfach weg. Nee, nee, genau, und, Entschuldigung, noch ein letzter Punkt zu der Doku. Und dann geht sie nämlich mit dem anderen Mädchen, also des afrikanischen Mädchen, zum Stammesoberhaupt, das ist eine Frau, ne, also die von diesen Camps weiß und diskutiert halt mit ihr und die Stammesoberhaupt, also das weibliche Stammesoberhaupt hebt das dann auf in unterschiedlichen Dörfern, wo du sagst so, wie absurd, weil sie weiß, also sie als Frau weiß ja, was da passiert und überlegt halt, ob sie's aufheben kann, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, das so traditionell verankert ist in deren Kultur. Ja, ja, also wie gesagt, oder Film, aber muss man wirklich, da muss man Lust drauf haben, glaube ich, und vorher wissen, worauf man sich einlässt, weil es halt auf jeden Fall kein positiver Film, also der schickt dich nicht positiv aus dem Kino raus. So, machen wir weiter. Wir haben noch zwei Sachen und wir wollen ja auch noch mal über ein paar Tanzfilme reden. Heute kommt noch der neue Film von M. Night Shyamalan ins Kino. Knock at the Cabin hat jetzt Avatar 2 in Amerika von Platz 1 verdrängt, nach gefühlt sieben Wochen oder so. Der erste Film, der's geschafft hat. Und ja, wir wissen's, er ist der Twist-Mann beziehungsweise der Mann, bekannt für Twists und so weiter und so fort. Er hat hier einen Roman verfilmt, Cabin at the End of the World. Hier geht es um ein schwules Ehepaar, die mit ihrer Tochter in eine Waldhütte fahren, um da ein bisschen nette Zeit zu verbringen. Und plötzlich klopfen vier Menschen an ihre Tür, die haben alle sehr komische, na, was sagt man, Waffen? Oder Ausrüstungsgegenstände oder Werkzeuge. Ja, das sind fast so Werkzeuge, ne? Die Spitzhacken. Und ich, ich, ja, und wollen halt, wollen halt zum einen rein, aber stellen halt diese Kleinfamilie halt vor eine wirklich schwierige Situation. Und das ist der Trailer. Der Trailer sagt es. Die vier sagen, ey, die Apokalypse steht bevor und einer von euch muss sterben. Ihr müsst einen von euch opfern, um diese Apokalypse abzuwenden. That's it. Das ist es. Ja, es ist jetzt kein großer Twist oder ich hab jetzt hier nicht irgendwie, was weiß ich, gespoilt. Das ist die Geschichte. Und die erzählt Shyamalan straight durch. Wir waren ja beide im Kino. Genau. Für mich ein wirklich absoluter Lichtblick ist Dave Bautista. Ich finde, der spielt sehr, sehr gut. Also das hätte ich ihm nicht zugetraut, diesem grobschlechtigen Monster. Da hat er einfach auch seinem anderen Wrestler-Kollegen viel voraus. Mr. Dwayne The Rock Johnson, der ja aber auch sowas noch nicht gespielt hat, aber spielt er wirklich richtig gut. Und ich hab die ganze Zeit, hab ich auch zu Schrock damals gesagt, der Herr im Bademantel, den man hier immer zwischendurch sieht, der ist vorne weggelegt. Äh, hier. Jonathan Croft. Jonathan Croft. Ich hab die ganze Zeit gesagt, woher kenn ich den? Und zwar ist das der englische König aus der Hamilton, aus dem Hamilton-Musical, das es bei Disney Plus gibt, wo die es abgefilmt haben. Ach was. Und den liebe ich. Also als englischer König ist der so unfassbar der, der nur drei Auftritte in Hamilton in dem Drei-Stunden-Musical und ist einfach unfassbar geil. Und ich finde ihn auch gut. Ich war persönlich nicht so angetan von dem Film. Ich auch nicht. Ich muss sagen, mich hat der nach der Hälfte ungefähr, hat der mich dann doch ein bisschen gelangweilt. Oder beziehungsweise ist die Spannung einfach verloren. Oder man weiß halt einfach dann auch, was Phase ist und diese Phase wird halt nicht mehr weiter ausgearbeitet oder kriegt keine neue Fallhöhe. Ich hab mir noch mal die Inhaltsangabe des Romans durchgelesen. Also ich kenne die komplette Geschichte des Romans. Und was dort erzählt wird, muss ich sagen, ist alles viel, viel spannender, bietet viel mehr Konfliktpotenzial, hat eine viel höhere Fallhöhe so und irgendwie auch ein größeres Diskussionspotenzial am Ende. So. Ja. Ein Punkt, den ich gar nicht so bedacht habe, ist, die kommen halt an und sagen halt, hier die Apokalypse steht bevor und wir haben alle irgendwie Visionen gehabt, die uns das irgendwie zeigen und bla bla bla. Und entsprechen damit ja einem doch eher, was soll man sagen, katholischen Weltbild? Ja. Ja, also zumindest ist es eher so ein christliches, eine christliche Religion, die hier verkörpert wird. Und ich hab die Kritik von unserem Kollegen Batz, äh, Batzmann gelesen, Batz gelesen. Batmann? Batz. Ich fand nur noch mal, ich, wie nennen sie sich? Flips? Flips heißt der Kanal von Ihnen, ne? Äh, ja. Ich glaube, ja. Und der Punkt, der ist mir auch nicht so. Die beiden, wie gesagt, haben halt vor allem die Befürchtung, dass die vier vor der Tür stehen, weil sie halt homophob sind ohne Ende und weil sie halt ein Problem damit haben, dass die schwul sind. Und diesen Transfer von wegen, ey, sie können das Ende der Welt verhindern, indem sie halt eine schwule Familie oder ein schwules Paar auseinanderreißen, so. Diesen Transfer hab ich nicht wirklich gemacht und ich find's. Im Film oder im Buch? Im Film. Im Film. Und, ähm, das finde ich, ist das anders als im Buch? Also, ist es im anderen? Nee, im Buch ist es auch ein schwules Ehepaar. Okay. Und auch da ist, äh, die Angst vor Homophobie, also, beziehungsweise haben sie halt die Befürchtung, dass das alles, äh, aufgrund der Homophobie geschuldet ist und weil ja der, ähm, eine halt auch glaubt, irgendwie den einen wiederzuerkennen und so weiter. Das ist alles irgendwo, das ist auch alles so im Buch. Aber ich hab diesen, diesen, diesen Gedanken hab ich nicht gehabt und ich find, ja, muss ich ihm eigentlich zugestehen so. Also, ich find das, äh, schon ein Punkt zu sagen, ja, warum ausgerechnet ein, ein, ein schwules Paar, das die Apokalypse verhindern muss, ja, im Namen einer christlichen Religion. Mhm. Also, das fand ich auch ein bisschen unglücklich dann im Nachhinein, dass man das, äh, so gemacht hat. Ja, also, ich hab ihn ja noch nicht gesehen, aber wäre das Kind als Opfer nicht auch in Frage kommt? Also, das Kind würde auch als, als, äh, aber dann, ja, also eine, eine, aber dann ist ja schon wieder so ein bisschen aufgehebelt. Ja, aber. Also, ich sag euch, wenn das der Trailer gewesen wäre von Guardians of the Galaxy 3, dann hätt ich das richtig gut gefunden. Der jetzt? Gut, fand ich dir nicht so lustig. Wie sie da am Schluss stehen, dachte ich, da steht da Guardians of the Galaxy 3. Dann hätt ich jetzt sehr gelacht. Ich, äh, hab den letzten Film, den ich von ihm gesehen hab, war Split. und danach hab ich gesagt, dass ich guck nie wieder was von dem. Muss ich jetzt echt sagen. Also, ist auch mal, ist auch mal gut gewesen. Finde ich konsequent. Ich finde das einfach, äh, ne Frechheit. Das ist für mich alles, also, große Zeitverschwendung, was der Mann macht. So, daher, ähm. Ja, aber ich muss sagen, also, auch wenn ich jetzt nicht so vollkommen gepackt war über die komplette Laufzeit, finde ich das einen der besten Filme, die er seit langem gemacht hat. Weil er halt einfach straight das Ding durcherzieht. Ja gut, aber Entschuldigung, seit langem, seit wann? Seit Sixth Sense? Also, oder wann? Ja, nicht seit Sixth Sense. Seit vielleicht. Ja, aber ich finde es schon spannend, dass der Shia Malan ja mit einem unfassbaren Selbstbewusstsein gesegnet ist, ne? Ich, ich hab damals die, die Pressekonferenz gemacht von The Last Airbender. Ähm, also, Dev Patel sagt ja selber, das ist der schlimmste Film, den er jemals gemacht hat. Also, das ist doch derselben. Und, ähm, ich, ich find's schon bewundernswert und der, tu dir ins gleiche Horn, was du auch grade sagst. Äh, weil, weil, weil wir ja auch drüber diskutiert haben und wir gesagt haben, du erwartest bei ihm ja eigentlich immer einen Twist. Eigentlich, ne? Naja. Das hat er aber auch so lange bespielt, ähm, dass du einfach auch in so einen Shia Malan-Film reingehst und sagst, und davon muss man sich bei diesem Film halt einfach verabschieden, die sind Gedanken, dass das so ein unfassbarer Twist ist. Auf der anderen Seite find ich, das hat's, er hat sich selber versaut über die Jahre, ne? Weil es wurde immer abstruser und immer komischer. Ich find, Split war, war schon wieder eher ein Highlight. Das war schauspielerisch, war das ganz cool. Ja, von McAvoy, ne? Aber, ja, ich, keine Ahnung, also dieser Film, der kann man jetzt ganz viel Diskussion rein, interpretieren und Glaube und, ne, und homophob und so. Aber der, der, der bietet das, find ich gar nicht, ne? Also das ist für mich so ne, du guckst ihn dir an und eigentlich hat er da nix davon und dann versuchst du danach zu suchen, was er vielleicht damit noch machen wollte. Hat er am Ende nicht. Muss ich leider gerade sagen, hat er nicht. Und wirklich, der Roman, der bietet halt echt Diskussionspotenzial mit dem, was er halt macht. und er geht in seinem Film hin und entschärft das alles an allen Fronten. Wirklich an allen Fronten. Und auch, ich sag mal so, ohne jetzt irgendwie zu sagen, wie es jetzt irgendwie im Roman ist oder im Dings ist. Selbst wenn du sagst, indem die Tochter stirbt, kann man's auch abwenden. Mhm. Aber selbst dann würdest du ja dieser schwulen Familie einen wichtigen Bestandteil rauben und hättest so gesehen das Glück einer schwulen Familie im Namen einer christlichen Religion irgendwie zunichte gemacht. Also ich find, da ist es dann egal, ob man jetzt auch sagen könnte, das Kind wäre ein Ausweg, um die Apokalypse zu verhindern. Aber ich find, diese Plattform bietet der Film gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Dass man überhaupt darüber diskutiert, dass man da auf so ne Meta-Ebene geht und sagt, meint der das vielleicht, weil das tut er nicht. Also ich finde, du hast es grade gesagt, der Film ist ganz straight. Du guckst ihn an, der ist einfach straight. Der ist nicht so, und wir beide saßen drin und am Anfang denkst du, oh spannend und wie Dave Bautista das da macht. Und dann irgendwann denkst du, jetzt seid ihr in so eine Sackgasse gekommen, wie wollt ihr da raus? Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch dieser Wunschgedanke von uns, dass er da versucht hat, ich glaub, das hat er gar nicht. Ja, deswegen, dem fällt er ja auch immer so ein bisschen zum Opfer, dass er, so viele Twist-Filme hat er ja eigentlich gar nicht gemacht, aber es wird ja immer darauf zurückgebrochen, gerade war auch diese Berichterstattung, also er steht ja für immer im Zeichen von Six Cents, also im Schatten, da kommt er ja auch nicht raus, weil... Aber Entschuldigung, hat's doch selber immer forciert. Ja, klar, aber was willst du... Er hat selber diesen Twist dann immer da gebaut und was war der letzte Twist? Oh, wir sind in einem Shared Universe mit dem anderen Film? Ja, aber das ist ja auch kein Twist. Nee, eben, das ist ja kein Twist, aber es hat sich so hingestellt, als wär's... Ja, aber das wird ja so erwartet, das ist ja wie wenn bei Dingswo... Aber er kann auch einfach einen Film machen, der... Also, ich kenn das, diesen Film, deshalb ist das schwer für mich drüber zu diskutieren. Ich hab halt auch das Gefühl, da wurde ein Buch geschrieben, da wollte jemand mal eine nicht-heteronome-ative-Familie zeigen und Apokalypse muss jetzt nicht unbedingt christlich sein, ist schon wahrscheinlich, aber ist jetzt halt einfach irgendwie ein Doomsday-Kult. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Nee, nee, aber sie... Woran ich denken musste, als ich den Trailer gesehen hab, es gab mal einen sohn Film, den ich ganz geil fand und ihr wisst wahrscheinlich, wie er heißt und ich kann ihn nur beschreiben, weil ich's vergessen hab, da geht's irgendwie um Vater und Sohn und die müssen immer irgendwelche Dämonen töten. Äh, äh... Royalty. Royalty, genau. Und dann kommt ein großer Drache. Nee, also, vielleicht ist es der und dann... Ja, mit Pexen. Der Junge denkt irgendwie, der Vater ist irgendwie verrückt oder so und am Schluss ist jetzt der Spoiler, stellt sich halt raus, nee, die haben halt recht. Mit dem McConaughey. Ja. War das? Ja. Und es stellt sich halt raus, die haben halt recht. Und das ist das, was ich erwartet hab, dass das irgendwie der Twist sein würde, nee, das muss jetzt wie ich so passieren und weil du bist nämlich Satan und dann der eine sagt, ja stimmt, ich bin Satan, töte mich. Aber das, ich weiß nicht, ob's so ist und dann hätt ich wieder gedacht, okay, das wär jetzt das, was ich erwarte, was ich jetzt... Nee, oder, dass du sowas haben wir auch drüber schon, für mich, für mich eins der schlimmsten Finals eines Films oder das Ende war The Mist. The Mist. Erinnert ihr noch The Mist? Mit dem... Der Nebel? Mit dem... Ja, klar. Wo er am Ende in dem Auto sitzt und diese fatale Entscheidung fällt, also die nur so Sekundenbruchteile eigentlich des Films einnimmt und danach sitzt du da und denkst du, nee, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Und das mein ich, sowas, das Potenzial hätte Night at the Cabin gehabt, nutzt er nicht aus. Ja, aber das kannst du auch glaub ich nie wieder, also das The Mist überhaupt so durch, wenn er nicht von Frank Darabond gewesen wär, hättest du nie so ein Ende durchboxen können. Also, das ist... Aber das hat mich damals, ich hab den gesehen, ich weiß nicht, wie sehen wir heute noch über den Film. Ja, aber deswegen, reden wir heute noch über diesen Film. Ja, ja, klar. Weil das ja halt so niederschmetternd einfach war. Aber entschuldigung, das ist doch ein Kammerspiel, der Film dann auch wieder. Wir sind doch einfach da drin. Und auch Kameraarbeit und so, ne? Alles cool. Also, kann man echt sagen, hier, der hat das auf 35mm gedreht, glaube ich. Ja, dann gibt's ja keinen Grund, dass du den irgendwie runterdummst. Wir haben jetzt gerade auch von diesem Kammerspiel, der letzte Film war ja auch in Anführungsstrichen ein Kammerspiel, dann kannst du doch, das seh ich dann halt nicht ein, dann kannst du das auf die Spitze treiben. Du hast ja keine Produktionsprobleme gemacht. Ja, vor allem willst du doch den Zuschauer mit irgendwas nach Hause schicken. Du musst ihn, finde ich, da auch überraschen. Du musst ihn eigentlich überraschen. Ja, nicht nur überraschen, sondern aber du musst ihm doch auch irgendwie bei so einem Thema, wo es darum geht, eine schwule Familie ist die einzige Möglichkeit, die Apokalypse abzuwenden. Die, und ich meine, es ist auf jeden Fall, die Andeutungen sind halt in Richtung christliche Religion. Mhm. Da musst du doch den Zuschauer nach Hause schicken mit einem Diskussionspotenzial oder mit irgendeinem Diskussionspunkt, dass du sagst, hätt ich gemacht, hätt ich nicht gemacht oder so würd ich mich entscheiden, so würd ich mich entscheiden. Ja, genau. Das ist doch das dann, was bei so einem Kammerspiel passiert. Okay, das ist die, 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 das ist die Situation. So, einer von euch soll sterben, sonst gibt's eine Apokalypse. Diskutiert. Äh, stimmt das vielleicht nicht? Ja, vielleicht doch lieber du, weil ... Ja, vor allem ist das doch auch spannend bei dieses ... Auch ihr mit euren Kindern. Ja, genau. Also, das ist halt auch so. Ich würde halt ... Also, ich hab keine Kinder. Ich würde immer, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem fiktiv existierenden Kind und meinem real existierenden Partner, ich würd mich immer für meinen Partner entscheiden. Also, ich versteh auch dieses, also, oft ist ja dann dieses, dass Eltern irgendwie ihre Kinder lieber haben als den Partner oder so. Das ist ja super spannend. Also, bringt man seinen Partner oder das Kind, wenn du jemanden opfern musst? Ja, ich meine, die können auch das diskutieren. Das darf ich auch darum. Oder halt diskutieren, ob die nicht vielleicht Quatsch reden und versuchen, die zu überzeugen, dass das nicht so ist. Ja, oder ob man die vier umbringen muss. Was ist überhaupt, wo kommt das? Ja, irgendwie, da kannst du doch ... Ja, ja, das sind alles Sachen, die halt schon im Laufe des Films ergründet werden. Ja, aber das ist das und da kann man auch eine Menge mit machen und auch potenziell so, dass es spannend ist. Die hat er nicht. Die macht er halt nicht. Ja, oder dass man halt auch so, wenn einer dann sagt, ja, okay, wir können ja ein neues Kind adoptieren, haben ja immer noch uns und dann merkt man so, okay, krass, so schnell fällt da so eine Entscheidung und man selber hat sich insgeheim dafür entschieden, ihn umzubringen. Also, ja, dieses Potenzial, was da ja halt entstehen kann. Es gibt ja diesen ... Ah, wie hieß der denn nun? W Delta C, der auch so in diesem Saw-Fahrwasser hochkam, wo der Killer immer zwei Menschen entführt hat, um denen klarzumachen, menschliche Liebe existiert irgendwie nicht, sodass die immer sich so gegenseitig umbringen müssen. Und dann entführt er nämlich auch eine Mutter und deren Kind. Und die Mutter ist so super schnell, das eigene Kind umzubringen, sodass dann der Killer richtig verdattert ist. Und wo du dann so merkst, okay, krass, selbst das hätte er jetzt nicht gedacht. Und dann sind auf einmal so seine Opfer irgendwie die wahren Bösen oder so. So ähnlich, würde ich mir das vorstellen. Ja, ja, ja. Aber siehst du, da kommen die ... Ja, genau. Aber uns fragst ja nicht jemand. Die machen einfach die Filme selbst nicht die ganze Zeit. Also stimmt, du fragst mich ja die ganze Zeit. Aber das meine ich, wenn du schon sowas machst, dann machst du es doch auch irgendwie mit einem Wumms. Ja, genau. Und dieser Wumms fehlt dem Film meiner Ansicht. So, kommen wir zum nächsten Wumms. Genau gesagt, zum Trockenwumms. Nämlich Magic Mike's Last Dance startet diese Woche noch im Kino. Äh, ja. Magic Mike, oder beziehungsweise Mike Lane. Sieht aus wie Miami weiß, auch von den Farben. Ist jetzt inzwischen nicht mehr Stripper. Mit 40 bringt das alles nicht mehr so viel. Er arbeitet als Barkeeper und ist gerade bei so einer Charity-Veranstaltung, die von Maxandra Mendoza ausgeführt wird, alias Summer Haig. Und die hat gerade richtig viel Stress und bittet ihn, weil sie halt über ihre Gäste erfahren hat, dass er der beste Stripper Miammys ist, bittet sie ihn noch um einen letzten Tanz. Im Ernst? Ja. Das, okay. Und sie möchte halt, er fragt ihn halt, wie viel er möchte für einen Tanz. Er sagt erst 16.000, aber sie handeln ihn dann noch auf 6.000 runter. Was? Das ist Bestandteil der Story? Das ist Bestandteil der Story. Das ist der Anfang der Story. Ah ja. Pass auf. Und dieser Trockensex? Wir gehen ganz kurz. Im Ernst? Ja. Warum hat er diese Zahlen auf dem Rücken stehen? Ja, außen wie irgendein Übertrags. Frag mich jetzt nicht so belanglosen. Ja, weil er hat 37 und 33 auf dem Rücken stehen. Lebt der Rückfest in der Zeit und kann sich nicht dran erinnern mehr. Vielleicht waren das aber auch keine Ahnung. Er hat so viele Muskeln, dass er wie so ein Adventskalender so ganz viele Türen hat. Auf jeden Fall ist der Tanz und der anschließende Sex, den er mit Salma Haig hat, so gut, dass sie sagt, pass auf, ich mach dich jetzt zu meiner Pretty Woman. Du kommst jetzt mit mir einen Monat nach London und ich hab hier ein Varieté-Theater. Da sollen eigentlich immer irgendwelche alten englischen Schinkendramen irgendwie aufgeführt werden. Aber ich möchte jetzt, dass du hier eine echt geile Stripshow inszenierst, die... Das ist ja richtig theaterfeindlicher Film. Ja. Die auf jeden Fall alles verändern wird. Und dann spielt der Film halt vor allem in London, wie die beiden halt versuchen, da diese Show auf die Beine zu bringen und dann halt diverse Hürden irgendwie haben oder beziehungsweise meistern müssen und Tänzer rekrutieren müssen und noch irgendwie eine Frau von der Baubehörde irgendwie mit einem Strip quasi umstimmen müssen, dass sie halt die Bauendmaßnahmen, dass sie die halt genehmigt. Er ist so ein Superheld und seine super Fähigkeit ist einfach strippen. Strippen, ja. Und ey, keine Ahnung, was sich Steven Soderberg bei diesem Film gedacht hat, denn wo der am Anfang halt pretty wum ist, zwischendurch ist er Ocean's Eleven Tangas und dann würde er halt eine reine Werbung für die Stripshow, die in London halt stattfindet. Das ist ja fantastisch alles. Ja, aber das ist doch ein schöner Kinderfilm. Keine Antagonisten, sondern einfach gemeinsam für eine Sache. Das ist nämlich ein Showgirls so ein bisschen. Ja. Aber ich habe gerade gehört, wie du über Creed gesprochen hast und in meinem Kopf habe ich mir das jetzt so vorgestellt, dass so ein alter, so ein alter Magic Mike, der ist so 60 und muss jetzt so die nächste Generation von Strippern irgendwie heranträgen. Die Expendables des Strips. Ja, genau. Wir schaffen es nicht mehr. Komm. Eigentlich würde ich es selber machen, aber dann bricht er sich die Hüfte. Du hast den Film ja mit deiner Frau einen riesen Magic Mike Fan gesehen. Ja. Und Silke hat ja schon im Nachhinein extrem gepöbelt. Die hat richtig gekotzt. Die fand die. Nee, nee, aber zwei Sachen habe ich aus der Pöbelei von Silke Wicke gekriegt. Also ich finde das Intro so geil. Er soll noch ein letztes Mal strippen. Und sie sagt ja, er tanzt, aber auch hier erst ganz am Ende einmal kurz. Also er tanzt einmal am Ende, da macht er eigentlich genau das Gleiche, was er am Anfang mit Simon Hayek macht, nämlich halt so eine Trockenbums-Nummer. Also wirklich, ich fand das auch nicht. Das war kein ... Nee, sie meinte, ich finde das hat Silke so geil, ich habe bestimmt gesagt, er zieht sich immer irgendwo hoch und haut dann seinen Schritt in der Box über den Frauen ins Gesicht. Genau. Also sein Schritt beziehungsweise Frauengesicht, der landet öfter mal in seinem Schritt. Das ist ein Move, ja. Und ey, wirklich, für mich ist der Film ein Rätsel. Vielleicht wird es irgendwann eine richtige Fangemeinde wieder dazu geben, aber ich muss sagen, dafür, dass Steven Soderberg mit dem ersten Film so ein bisschen den wirtschaftlichen Zustand Amerikas mal irgendwie auf einer anderen Seite schildern wollte und auch versucht hat, eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubringen, hat der zweite Film ja komplett auf dieses Party-Element gesetzt und hat halt wirklich einfach nur das gemacht, was er eigentlich, was viele Leute aus dem ersten gesehen haben, nämlich gute Laune. Und der dritte, ja, ich weiß nicht, möchte irgendwie diese gute Laune aus dem zweiten Teil irgendwie transportieren, aber traut sich irgendwie dann auch nicht so richtig und versucht das Ganze immer wieder irgendwie anspruchsvoll zu unterfüttern, indem es zum Beispiel die Tochter von Samar Hayek gibt, die halt immer wieder so Monologe aus dem Off einspricht, was eigentlich Tanz ist und wie schwer Tanz greifbar ist und was Tanz eigentlich bedeutet für die Kultur. Entschuldigung, es klingt für mich fantastisch, also es klingt, als wäre das ein Film, der so komplett an allem vorbeigegangen ist und gar keinen Sinn macht, aber auf eine grandiose Art und Weise. Ich weiß nicht, auf eine grandiose Art und Weise. Also von allen Filmen, nee, stimmt nicht, den Mennoniten-Film fand ich auch ganz gut, aber ich glaube, das wäre der zweite, den ich jetzt gerne sehe. Okay, ey, wenn es dich erwischt hat, feel free, have fun. Ich fand auch Showgirls, ich hatte da sehr viel Spaß. Ja, aber Showgirls ist Camp und Showgirls ist irgendwie so überspitzt in allem. Das ist der nicht unbedingt. So sieht das aus. Ja. Also offensichtlich, Steven Soderbergh ist jetzt ja auch, manche würden sagen, kein schlechter Regisseur, so würden einige behaupten, also würde ich sagen. Besser oder schlechter als Spike Lee. Also wenn die beiden sich treffen würden und so ein Dance-Off hätten, würde ich glauben, dass Steven Soderbergh, ich weiß gar nicht, wie Steven, ach doch, ich weiß, wie er ausmeldet. Ich glaube schon, dass der einen ganz anderen Tanzstil hätte als Spike Lee und wenn die Leute abstimmen müssen durch klatschen, ich glaube also, da ist mehr Variety drin, in dem was er macht. Ob Steven Soderbergh steht nur am Rand und nickt mit dem Kopf? Ich glaube, dass das Spike Lee das macht. Nee, Spike Lee. Ich glaube, dass Steven Soderbergh ist so ein Spike, hier Spike Jones, der so völlig so Improvisation ist. So fällig mit dem nämlich vor. Ja, genau. Ja, und Spike Lee, der wird groven. Ja, der wird eben groven. Aber der wäre völlig... Nee, nee, ich glaube, Spike Lee ist ehrlich gesagt eher der, der so sagt so... Ja, vielleicht auch so Food-Lose-mäßig so ein bisschen. Kann ja so ein Food-Lose-Wettrennen machen. Ja, der macht dieses Schnipsen und dann kriegt Steven Soderbergh das nicht hin, aber dann riecht sich Spike Lee total über. Der Film wird richtig erfolgreich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die Resonanz, also wie der wahrgenommen wird und ob der wirklich noch mal so, ja, weiß ich nicht, die Leute begeistert, die er eigentlich vielleicht gar nicht begeistern soll. Also ich find ja, Magic Mike 2 ist ja irgendwie so ein so kurioses Beispiel dafür, dass ein Film, der mal eigentlich ganz anders war, so eine völlig neue Richtung eingeschlagen hat. Bei dem bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das nicht vielleicht ein bisschen dann doch halt zu wenig Tanz ist. Ja, weil... Ja, aber der Trailer gibt's ja. Also der Trailer sieht ja halt nach viel Tanz aus und dann sitzt du da drin und merkst nach einer Dreiviertelstunde Shit. Ja, also sie lassen sich schon echt lange Zeit, bis da mal wirklich dann wieder getanzt wird. Und wie gesagt, die letzte halbe Stunde des Films ist einfach die Magic Mike Show aus London komprimiert. Ja, also... Also Channing Tatum ist ja jetzt aber auch gerade nicht on a high, ne? Also der ist ja nicht so... Aber, naja, Dork hat er doch gehabt, ne? In den Film auf vier Pfoten. Dann jetzt den... Also ich könnt mir vorstellen, der so hier und da nochmal irgendwie was macht. Ja, der ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ja, okay. Aber... Aber es gibt jetzt auch diese Serie über die Entstehungsgeschichte der Chippendays. Die ist gut. Mit dem Kumail Nanjani, ne? Dieses Welcome to the Chippendays. Hab ich auch gehört. Also hab nur den Piloten gesehen und hab gedacht, ach, das ist cool. Ich hab nur gehört, dass die Ausstattung so super geil ist, ne? Weil die sich dann wirklich so vielmöglich immer... Ja, und ich find halt Magic Mike Chippendays kann ich halt gar nicht. Entschuldige, was? Das sind die 70er, oder? Ja. Ja. Und das haben wir mal als Anlass genommen, um ein bisschen über Tanzfilme zu reden. Wir haben jetzt leider nicht mehr zu viel Zeit, weil wir uns verquatscht haben. Ja, aber das ist toll. Du hast es am Anfang angekündigt und ich habe das jetzt so kennengelernt, viele Tanzfilme, da wird gar nicht so viel drin getanzt. Ja. In vielen Kino-Plus-Folgen über Tanzfilme wird gar nicht so viel über Tanzfilme geredet. Nee, aber wir können euch mal hier eine kleine Zusammenfassung geben, welche Tanzfilme es denn so gibt. Schritte nach vorne. Ja. Zaben. Ich fühle die Augen all over me Watching how I set the scene Oh, baby, step into the rhythm For a minute Let your body shimple Turn it up and fill the heat Let your body talk Baby, fill the bass I like the way you walk Kommen, walk my way Oh baby, step into the rhythm For a minute, let your body shimmer Turn it up and feel the heat I'll feel the heat I'll feel the heat Turn it up and feel the heat I'll feel the heat Oh, schön geschnitten wieder Wieder Annabelle, ne? Sehr gut Ja, aber ich musste jetzt mal sagen So anhand eurer Jeder hat von euch so fünf Tanzfilme Zusammengetragen, die ihr gut findet Und ich find eigentlich irgendwie cool Dass wir doch ne gewisse Genre-Bandbreite Dadurch erzeugt haben Ich mein, wir haben ja da im Trailer gesehen Black Swan Und wir haben im Trailer gesehen Climax Zwei Filme, die ich durchaus als Tanzfilme Bezeichnen würde, weil der Tanz Inhaltlich ne wichtige Rolle spielt Bei Black Swan Bei Climax ist es halt ne Tanzgruppe, die trainiert Und dann halt wirklich Amok läuft, so gesehen Aber das Tanzen ist ne zentrale Rolle Aber die Ausrichtung ist sehr düster Und sehr finster Ich find halt so, es ist Filme mit Tanz und Filme über Tanz Und am besten sind glaub ich die, die's so kombinieren Das find ich irgendwie Das war für mich, das war das, was ich zu dir sagte Ich sag, was ist denn das Genre-Tanzfilm? Wo überschneidet sich das denn mit Musical? Und irgendwie, als ich das so geguckt hab Ist es dann häufig, dass die Filme, da geht's dann halt Also da geht's dann auch um Tanz So bei Footloose Ein Dorf, in dem man nicht mehr tanzen darf Das ist eine so ne geile Geschichte Also, what? So, und dann kämpfen sie für den Tanz Aber die tanzen ja nicht mal besonders geil Die schnipsen und springen durch die Gegend Das ist dann klar, ist ein Tanzfilm Auch wenn dann nicht so viel getanzt wird Aber es geht dann Ja, während ich halt so Ich hatte kurz überlegt, Moulin Rouge mit reinzunehmen Eigentlich find ich, ist das gar kein Tanzfilm Das ist halt ein Musical Also natürlich wird getanzt, aber Stimmt, genau Sie könnten's auch komplett anders machen Ohne dass das irgendwie Es muss schon irgendwas sein, wo der Fokus drauf liegt Dass du siehst, wie geil die sich bewegen können Ja Du hattest ja zum Beispiel noch hinzugefügt Wizard of Oz Ja Mit Fragezeichen Wäre das ein Tanzfilm? Ich weiß nicht, ich würd's nicht unbedingt das Tanzfilm Wahrscheinlich auch nicht Aber sie machen halt die Sachen Wenn sie die Straße runterlaufen Dann wird halt schon ein ziemlicher Fokus Wie sie dann die Schritte machen Und die Heuschrecke Die Heuschrecke Die Heuschrecke Die Vogelscheuche Die Vogelscheuche Die Vogelscheuche Setz da mal Die Vogelscheuche Wie die dann so lernen Diesen Tanzmove zu machen Und so Deshalb ist mir auch nicht Ist mir auch nicht ganz klar So Hamilton ganz klar Ist ja nicht mal ein Film Ist ja nur eine Abfilmung Auf Disney Plus Da geht's ja um die Sprache Und wie geil die singen können So, ne Aber hier geht's Aber du hast auch zum Beispiel Du hast Chicago genannt Das ist für mich ein Musical Ist wahrscheinlich ein Musical Ja Du hast Hair genannt Ist für mich auch in erster Linie Ein Musical Ja Aber Dirty Dancing Oder Aber das ist ja sogar Dancing im Titel Ja Genau Dirty Dancing Weil sie halt auch trainieren müssen Um diesen Tanz irgendwie zu lernen Oder auch Fame Ja Fame ist Wird laut Ja wird ja halt Als Mutter der modernen Tanzfilme Schon bezeichnet Ja Aber da geht's ja auch um eine Schule Wo die das halt lernen Wo sie Musik lernen Und Tanz lernen Und Schauspielern Da ist das auch wieder So ein Teil Habe ich mal mitgespielt Muss ich zusagen In der Bei meiner In Kanada Austauschjahr Das war die Weihnachtsshow In meinem Dramakurs Ich war Mr. Schirowski Michael Douglas So gesehen Das ist a chorus line Ach chorus line Nee nee Mr. Schirowski war der Musiklehrer Der sich immer drüber aufgeregt hat Dass Bruno Martelli Immer mit seinen Elektronischen Instrumenten ankam Mit seinen Synthesisern Sense Fiction Symphonies Und das war ganz interessant Weil Es wurde sehr Es war die Highschool Variante Also die Theater Variante Im Film sagt er That's a violin bow Mr. Martelli Not your dick Und ich durfte da nur sagen That's a violin bow Mr. Martelli Not a baseball bat Oh Hätte man da nicht Not your wiener Aber Film hatte ich gar nicht Auf der Uhr Aber das ist ein toller Film Ja ist ein super Film Wirklich toller Film Aber hatte ich auch nicht Kennt ihr noch die Fernsehserie dazu? Die war sehr schlecht Die fand ich aber ziemlich cool Damals Als kleiner Junge Weil ich hab die immer Nee die ist aber Nicht halb so cool Wie das Ding Und weißt was Vor zwei Jahren war ich hier In Hamburg Bei dieser Stage Musical School Oder so Da war eben auch Fame Ich dachte geil Mal gucken wie die jungen Leute Das heute so machen Was ich damals gemacht hab Und das hat nichts damit zu tun Gar nichts Also nichts Das sind komplett andere Lieder Das sind andere Charaktere Nur sie spielen einmal Dieses fantastische Teelied Am Schluss Also Fame von Irene Hat einen Oscar bekommen Der Song Wenn ich das richtig gelesen hab Also das ist ein Film Wenn ich tatsächlich Das ist immer so Diese Schröckertfragen Wenn da so auf einmal Sich jemand rauspickt Und dann so eine Frage stellt Und dann muss irgendwie So ein Fakt Und die sich selbst beantwortet Einfach nur Ich stelle dir die Frage Einfach nur so Weil ich weiß dir Nein Mir ist egal Ob ihr unwissend dabei seid Oder nicht Es ist dann ja vielleicht Gleichzeitig auch die Information Für euch Falls Ich Das ist sehr nett Danke dir Singing in the Rain Hast du noch mitgenommen Singing in the Rain Hast du eigentlich An fünf Filmen Ich hab auch ganz Ich hab's auch ganz viel Frage Naja Ich hab dann Ich war in so einem Rausch Weil da halt auch Sehr viel Fokus Auf Tanz liegt So sie singen dann zwar auch Aber diese Szene Good morning Good morning Wo die dann so Über dieses Dieses Dings rüberspringen Das ist für mich Das ist ja einmal abgefilmt Und ich bewundere halt Wie gut sie tanzen können Und sich bewegen können Ich mein Die berühmte Singing in the Rain Szene Ist ja auch Also ich würd schon sagen Das ist ein Trance Ja total Wie Aber er hat ja nicht So einen ganz komischen Deutschen Titel Du sollst mein Glücksstern sein Genau Also wie sie das Irgendwie Also Das ist genau wie Sound of Music Der heißt ja auch So einen komischen Deutlen Titel Aber ich mag das so gerne Ich mag das total gerne gucken Ja ich auch So und genau das Weißt du hier Das ist ja eine Einstellung Dann so Und das ist Finde ich Da liegt der Fokus Dann auf der Performance Weil das finde ich Ja Musst du halt haben Bei so einem Tanzfilm Dass du die Leute bewunderst Für das was sie können Weil das ist dann Das ist ja was physisches Was sie tatsächlich machen Du musst auch sagen Er ist schon echt Ein geiler Typ Okay Ja Ja Also Und es wird nicht müde Dieses Thema Was er da ja macht Aber guck mal The greatest Hollywood musical ever made Selbst Musical Ja Aber Würde ich auch eher Als Tanzfilm komischerweise sehen Ja Ja Ich meine guck mal Sie tanzen Ja aber es gibt glaube ich Diesen Begriff Gar nicht so feststehend Oder Also es ist fast Immer wird irgendwie Musical Also La La Land Ist ja auch ein Musical Aber jetzt Steven Steven hat Footloose Steven hat Flashdance Steven hat Saturday Night Fever genommen Alles Filme Die meiner Ansicht nach Schon Den Tanz irgendwo Als essentiellen Bestandteil haben Steven hat es als einzige Richtig gemacht Aber ohne Gesangauskommen Ohne Gesangauskommen Ja das stimmt Ja Also ich meine Okay Footloose hat halt die Songs Ne Die ihn halt auch dann berühmt gemacht haben Aber Aber weißt du Ich wollte noch Weil du es vorhin gesagt hast Die Geschichte ist so unfassbar absurd Aber das Geile ist Du guckst dir das Original an Und stellst es nicht in Frage Sondern sagst Das gehört dazu Ist cheesy Ja Dann guckst du dir das Remake an Mit Miles Teller Und sagst Was für ne Scheiße Also ich hab das Remake angeguckt Und hab gesagt Das funktioniert überhaupt nicht Ne Also diese Übersetzung Mit derselben Geschichte Aber Der Film ist Ich meine Kevin Bacon Diese ganzen Kleinigkeiten Wenn er mal in die Mangel genommen wird Weil er so der Outcast ist Ne Mit seinem Käfer Und nicht dazu passt Ne Und dann Das Kleinstadtleben in Amerika Diese Also diese Szene Es war Weil ich denke mir so Es gibt ja immer diese Videos Videos ohne Musik Ne Dieses Ding wo er da so tanzt Und er ist ja alleine Ja Wenn er sich Nein es kann nicht sein Dass ich hier nicht tanze Da ist ja keine Musik Wenn der da durch dieses Dings rennt Der rennt ja einfach nur durch Das ist ja kein Tanzen Er hüpft einfach ein bisschen Ja und dann gibt es auch immer Diese Shred Videos Wo er nur so die Fußsohlen quietschen Und so Also es ist schon so Und dann Also ja Ja aber John Lithgow Irgendwie hat das ganz viel Das musst du aber auch so lassen Das musst du in der damaligen Zeit lassen Ja genau Flashdance Naja klar Weil da ist diese Harmlosigkeit Des Ganzen ja auch irgendwie Nicht so Was man dem Film Irgendwie nicht zum Vorwurf macht Wenn man beim Remake Sich so denkt Was zur Hölle Was soll das denn hier alles In dem Remake Gibt es doch so einen geilen Spruch Von Miles Teller Von wegen Irgendwas mit Square Dance Und irgendwie Ich weiß nicht Nichts kann mich davon abhalten Irgendwie ein Square Dance Oder nichts macht dich mehr zum Mann Als ein Square Dance Oder irgendwie sowas Ein ganz Guter Spruch Berühmter Das wusste ich nicht Guter Spruch Ich meine das Schlimme ist ja Ich kann mir gut vorstellen Dass immer noch in Amerika Einzelne Städte Irgendwo im mittleren Westen gibt Wo das aber auch Immer noch gang und gäbe ist Dass irgendein Kind gestorben Bei der Fahrt in die Disco Und dann hat der örtliche Priester Mit dem örtlichen Sheriff Zusammen gesagt Es wird weder Musik hören Noch getanzt Also das ist ja das Schlimme Auf der anderen Seite Also wir müssen ja gar nicht So weit gucken Wir haben in Deutschland Immer noch ein Tanzverbot An gewissen Tagen An gewissen Feiertagen An Ostern Also what the fuck Warum Ja wo sich halt auch So krass dran gehalten wird Also wo man auch so denkt Ey das kann Kann ja existieren Aber es gibt ja auch Diese stillen Feiertage Wo dann irgendwie Keine bestimmten FSK 18 Filme Davor laufen dürfen Am Abend davor Du darfst halt Ganz viele Filme Darfst du nicht Vor stillen Feiertagen zeigen Was ist denn Ein stiller Feiertag Naja ein Feiertag An dem nicht getanzt werden darf Das ist doch nur Das ist doch nur Karfreitag Ja aber vor Karfreitag Und Party machen Kann ich nicht mal einfach was erzählen Ohne dass das hinterfragt wird Einfach weil es lustig klingt Ich darf doch einfach mal Fragen stellen Das ist eine ernsthafte Frage Wo ich die Antwort nicht kenne Stiller Heiltag Äh Feiertag Warum guck ich jetzt was Stiller Heiltag Wenn du den findest Im Jahr des Drachen Aber um nochmal wieder zurückzukommen Um nicht so still zu sein La La Land Ist halt Musical Nee würde ich nicht sagen Tanzfilm Würde ich aber im Nachhinein Auch nicht sagen Naja aber sie nähern sich Durch Tanz ja schon irgendwie an Es hat ja schon Erzählerische Komponente noch Also ich finde Er lebt auch sehr viel von Tanz Ja Und er fängt ja auch direkt Mit dieser großen Choreografie Im Stauder an so ne Also es ist schon Tanzfilm Aber sie singen ja halt auch gleichzeitig Stimmt Man könnte es schon Hier eindeutiger Den Begriff Musical anwenden Als Stimmt So aber jetzt mal zu was Wichtigen Stille Feiertage Ja Heiliger Abend Aschermittwoch Ostersonntag Pfingstsonntag Allersehen Allerheiligen Volkstrauertag Buß- und Betag Totensonntag Naja aber du darfst doch An Weihnachten tanzen Nee aber diese Filme Dürfen da nicht laufen Jetzt guck ich nochmal Stirb langsam an Weihnachten Gucken Ja stimmt langsam Liefer an Weihnachten Und am Tag Als der Papst gestorben ist Hätte ich es vorher gewusst Hätte ich einfach mal im Maul An sogenannten stillen Feiertagen Ist die öffentliche Aufführung Einer Vielzahl von Filmen Verboten Nämlich solche Die dem Charakter dieser Feiertage So sehr widersprechen Dass eine Verletzung Des religiösen und sittlichen Empfindens zu befürchten Ja aber inzwischen Ist es ja nun mal so Rund 700 Rund 700 Filme dürfen An diesen Feiertagen Nicht gezeigt werden Aber ähm Auch Heidi ist dabei Ja aber warum heißen die jetzt Stille Feiertage Weil da aus Gründen Weil da aus Gründen Eine religiösität Der Beachtung Oder der Pietät Toten Sonntag Was war Da ist doch Er selbst erklärt Aber ohne stiller Feiertag Still heißt einfach Die Abwesenheit von Geräusch Richtig Ja dass man da halt Nicht so Krawallig Sie reden schon wieder Über was anderes Ja weil die Die haben nur Filme im Kopf Ich hatte mich gefallen Ist Tanzfilm Nicht einfach Irgendwie so ein Film Wo jemand auf der Bühne tanzt Und ich halte da mit der Kamera drauf Und dann ist es halt Einfach eine Tanzperformance Die ich abgefilmt habe Ist das nicht einfach Ein Tanzfilm Das wäre sowas wie Stomp the yard Oder sowas Ja Könnte man das Tanzfilm Zeichnen Step up Diese Filme Atomic Blonde Darf nicht an heiligen An stillen Teier tragen Der darf nie gezeigt werden Strangers Opfer Nacht Ist auch einer Letzten Filme Die auf dieser Liste Gelandet sind Tino Ja ich Jetzt geht es mal wieder Um was was mich interessiert Ja ich habe eine Frage Du hast einen Titel Aufgeschrieben Der heißt Dance with me Ja Und ist es wirklich Der Film Den ich da rausgefunden habe Nein Okay Das ist der Ah Gut Worum geht es Es geht um die Links sitzende Jetzt rechts sitzende Frau Die von einem Hypnotiseur Verhypnotisiert werden soll Leider bricht es aber Mitten in der Hypnose ab Was zur Nebenwirkung hat Dass sie anfangen muss Zu tanzen Sobald sie irgendwo Musik hört Was die Suche nach diesem Hypnotiseur Damit er diesen Fluch durchbricht Sehr schwierig macht Und sie steckt dann auch immer mehr Leute damit an Dass alle dann tanzen müssen Sobald sie anfängt zu tanzen Und er ist halt so Mal verfilmen würde Würde ich sagen Das wird der beste Tanzfilm Den ihr je gesehen habt Aber ich hatte sehr viel Wie du hast angefangen zu tanzen Was hast du gemacht Ja halt so komische Bewegungen Weil ich dachte Das Publikum könnte man Halbwegs Dass man einmal Das reicht so Ich sag Ey Ihr sagt Oh Aber natürlich sagt man selber nur Ey Und das Publikum sagt halt nur so Und das war unangenehm Weil Der große Konstruktionsfehler In diesem ganzen Award war Nämlich Dass man ja nicht weiß Wie der Grafikdesigner von Kantorismus 6 aussieht Und dann wird halt so Ja für die beste Grafik gewonnen hat Hitschukima Fuchiaka Und dann Soll jemand hinter der Bühne Diese Person suchen Aber hinter der Bühne stehen Ungefähr 100 Leute Die alle irgendwas gewonnen haben Und niemand weiß Wer wer ist Dann muss so rumgefragt werden Bis die Person gefunden wird Und haben sie sie gefunden? Ich war ja vorne Und hab getanzt Währenddessen Aber Trinohana Und hab vorne getanzt Das war also Ich hatte eine große Freude Gibt es davon noch Video auf? Glaube schon Liebe Leute Das gehört auf jeden Fall Auf ein GIF Auf Ey Freunde Wenn ihr dazu Links habt Oder wenn ihr irgendwie was dazu findet Schickt uns bitte hier die Kommentare Bitte Ich will das sehen Und wenn jemand dazu ein Drehbuch schreiben möchte Dann würde ich mich dafür sehr interessieren Ich würde gerne Willst du mich spielen? Ich würde nicht die Hauptrolle spielen Das traue ich mir nicht zu Aber vielleicht deinen Sidekick Wenn du die Hauptrolle spielen würdest Würdest du dich dann von deinen Haaren trennen? Oder würdest du dir eine Du ich trenne mich nächste Woche eh von den Haaren Das ist halt einfach immer ein bisschen schwierig Was? Achso für ihn Achso das meinst du? Um ihn zu verkörpern Würdest du dir eine Glatze rasieren Oder würdest du dir eine Glatze rasieren? Du kannst dir die Haare auch spenden? Ich glaube ich würde eine Glatze machen Ich muss es spüren Ja eben An meinem Kopf spüren Damit ich auch weiß Und auch den Angstschweiß Aber du musst dir die Haare für die nächste Rolle abrasieren? Nein nein nur für mich Weil dich das nervt Und was meinst du auch richtig weg oder was? Nein Aber du machst auch nur Fasson In vernünftige Form Okay In vernünftige Form Das ist jetzt ein bisschen außer Andere Band Er hat zur Kontrolle geraten Ja Und wo Uke schon mal hier sitzt Wie findest du denn die Tanzszene bei Napoleon Dynamite? Stimmt Finde ich super Ja Super So ähnlich tanze ich tatsächlich auch Das stimmt Macht aber leider den Film nicht zu einem Nee nee Ich hab kurz überlegt Aber da dachte ich Okay das kriegt man argumentativ nicht als Tanzfilm Oder? Ich glaube er wollte sagen Okay Ihr habt jetzt ein Video gesehen Wie ich getanzt hab Guck mal Napoleon Dynamite Sieht so ein bisschen aus wie Uke Wenn ihr euch vorstellen wollt Wie der tanzt Dann schaut euch mal die Tanzszene bei Napoleon Und es stimmt Aber ich hab dich schon tanzen sehen Das sah ein bisschen anders aus Als in Napoleon Dynamite Damals als du diesen Hardcore Techno aufgelegt hast Zum Beispiel Da konntest du irgendwas sehen? Ja Es war so dunkel Ja gut Stimmt wir waren ja auch mal zusammen Ich hab dich ja auch schon tanzen sehen Stimmt Ich hab den noch nicht tanzen sehen Können wir ändern Steven Machen wir Ich hab aber Steven schon tanzen So Magic Mike Willst du auch? Magic Mike Stefan welche Tanzfilme hast du denn? Also oder Das ist eine große Schnittmenge Das ist eine große Schnittmenge Tino hat noch zwei Filme aufgelistet Bei dem einen schäme ich mich Dass ich ihn immer noch nicht geguckt hab Weil ich ihn schon seit Jahren Ja guck jetzt mal Nur Pferden gibt man den Gnaden Nee ich möchte eigentlich High and Low the Worst gucken Achso ja okay Da kannst du dich auch finden Das ist eine Geschichte Über mehrere Jugendgangs Die sich bekriegen Aber auch gleichzeitig tanzen Obwohl sie sich schon echt viel prügeln Ich hab da auch nochmal überlegt Wo ich so dachte Ah vielleicht ist er doch ein Prügelfilm Oder ein Choreografiefilm Und sie tanzen mehr mit den Händen Vielleicht soll der Kampf Aber auch eine gewisse Art Tanz sein Ja er ist ja auch Also es ist alles sehr Ist das West Side Story? So in der Art Das sind nur zwei verfeindete Schulen Die erst dann so ein bisschen so Die hauen sich aber richtig Ey und da sind Actionsequenzen drin Wo ich so denke Wahnsinn wie das einfach gedreht wird Da rennen manchmal 300 Leute Auf einer Seite in die anderen rein Die Kamera bleibt dabei Dann geht die Kamera über Stockwerke Also ich bin sehr verwunder Dass die nicht viel mehr Fame einkassiert haben Und wenn es nur irgendwie ist Das ist eine Action Es gab ja mal eine von den Action-Szenen Die sich so rausgelöst haben Dann hatten wir auf Twitter Irgendwie mal kurz so einen Vival-Hype Aber es hat den Film wenig gebracht High and Low hast du? High and Low The Worst Ja Ist das sechste Teil der High and Low-Reihe Aber kann man natürlich auch Komplett losgelöst gucken Welche ist das? High and Low The Worst The Worst Ja Und ist The Worst Cross Noch was anderes? Das ist glaube ich was anderes Ich hab das auch nicht Aber diese Szene ey Okay Der Trailer kann sich sogar erlauben Einfach die krassesten Action-Pieces Nicht zu zeigen Aber sag mal Kann man den auf einem Streamer gucken? Leider nicht Eher nicht so Doch doch Auf Netflix Japan Japan Netflix Japan Japan Und Japan Und ja Musst du aber dann halt Mit so technischen Hilfsmitteln irgendwie Aber du hast ja Du bist ja auch oft in Japan Wenn du einfach vor Ort bist Ich bin ständig eigentlich in Japan Ja guck mal Wenn du dann da bist Für ein paar Stunden Ich hab ihn importiert Ich lass ihn dir zukommen Ja Okay Super Und dann hast du bei den Filmen noch genommen Den ich wirklich auch schon seit Jahren Auf der Watchlist hab Ich will den unbedingt sehen Ich hab's bisher immer noch nicht geschafft Aber den gibt's halt leider auch nirgendwo Zu streamen Ah okay Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss Den gibt's komplett auf YouTube Ja? Ja Das weiß ich Das ist halt ganz unterschiedliche Voraussetzungen Was halt diese ganzen Mikrokosmos der Gesellschaft abbildet Plus diese gnadenlose Ausnutzung für Unterhaltungszwecke Und er ist halt komplett zeitlos Obwohl er klar natürlich in dieser Zeit verankert ist Aber würde heutzutage noch genauso funktionieren Schauspielerisch wahnsinnig gut Mit Jane Fonda Jane Fonda Ja 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 den hab ich schon seit längerem auf der Liste Fantastisch Und den möcht ich unbedingt sehen Ja Jeden der nicht zehn gewonnenen Oscars verdient Also ich glaub es ist einer der Filme Der die meisten Nominierungen überhaupt jemals hatte Ohne irgendwas gewonnen zu haben Was ja Immer noch so hininterpretiert werden kann Aber dann deshalb umso besser noch ist Ja war Wahnsinn Also hab ich so oft schon gesehen Und ist absolut mein Top Ten Sag mir nochmal den Titel Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss Heißt der auf Deutsch Ich weiß nicht wie der englische Titel ist They shoot horses don't they They shoot horses Ja Ja okay Ja und auch das wie Wie sich dieser Titel erklärt Mega Ja also auf den hab ich wirklich Der Bin ich sehr sehr gespannt Das ist halt quasi wie einem Wie Running Man für Ja oder Wolfgang M. Schmidt Fans Okay Das ist gut Ich musste eher an Hands on the hard body denken Ja auch Ja ja auch das halt so Nur hier halt mit dieser gnadenlosen Bewegung Also der Hands on the hard body Hat ja durch dieses stillstehende Auto Natürlich auch diesen Folterfaktor Aber hier wird's dann auch so gnadenlos Dass sie permanent laufen müssen Dann stehen bleiben Dann tanzen Dann wieder laufen Ja krass Ja so Damit haben wir vielleicht keinen allzu Großen Überblick Über das Tanzfilmgenre gemacht Aber hoffentlich Ich glaube wir haben alle Filme genannt Die es gibt Ja Ja und wie viele Tanzfilme Pro Jahr kann man vertragen Ich hätte zum Beispiel noch Einen Film ins Rennen geschmissen Weil du mich gefragt hast Den hätte ich noch gewählt Das wäre ein Kampfsportfilm Only the strong Ja Da geht's um Capoeira Ja Und Capoeira Ist ja nun mal halt ein Tanz Ja Und den hätte ich tatsächlich mal Auch so als Diskussionspunkt Mit reingeschmissen Wo gab's nicht auch diesen Lambarda-Film Es gab einen Lambarda-Film Ja stimmt Stimmt Ja Also es gibt noch eine Menge Und ich denke Man wird noch ein paar Filme zutage fördern Hey Schreibt uns gerne Ein paar Tanzfilme In die Kommentare Oder von denen ihr glaubt Dass es Tanzfilme sind Und dass sie der Definition Doch eher entsprechen Als ein Musical Und ich Also ich find ja auch Die Pitch Perfect Step Up Filme gut Also es ist halt nichts Was ich zu Hause gucken würde Aber im Kino Find ich immer Geht das gut klar Aber die erschienen mir halt so Nicht empfehlenswert irgendwie Aber auch die Ja War ich bei jedem bisher Wo ich so dachte Also Pitch Perfect Hab ich immer Spaß gehabt Aber das ist glaube ich auch ein bisschen Millionär Können wir ja auch überlegen Stimmt Ja Wird so viel getanzt Außer am Ende Ja Aber deswegen hab ich die ganzen Indischen Filme halt auch rausgelassen Weil da ja Tanz auch oft stattfindet Aber ja eigentlich auch nur Um irgendwas zu erzählen Beziehungsweise Was zu zeigen Aber es ist ja auch eher Ein inszenatorisches Element Nicht so ein Bestandteil der Handlung oder so Aber Ja Also klar Also es wird jedenfalls In viel mehr Filmen getanzt Als man so denkt Weil bei Bei Bronson zum Beispiel Die Tanzszene ist halt auch mega Stimmt Stimmt Also aber es ist halt immer nur so Kleinigkeiten Oder Napoleon Dynamite Aber es gibt viele gute Tanzszene In Filmen Die keine Tanzfilme sind Hier tatsächlich Liebe Hugh Grant Tanzt die Treppe runter Als englischer Premier Joker Ja Joker Ja Joker Ja 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 So Wir tanzen jetzt mal In den Feierabend Aber vorher Ähm Werde ich noch kurz was verlosen Denn Nächste Woche Kommt ein Film namens Final Cut of the Dead Ins Kino Wir verlosen Zweimal zwei Kino Tickets Und diese zwei schicken Shirts Jeweils dazu Ähm Falls ihr euch fragt Hä Klingt irgendwie vertraut Das ist das französische Remake Von One Cut of the Dead Dieser japanische Zombie Film Über den ich jetzt nicht weiter erzählen möchte Und ihr solltet auch euch bitte Keinen Trailer angucken Weder zu dem Remake Noch zu dem Original Weil sonst geht euch nämlich wirklich Ein sehr schöner Twist flöten Und auch nur das T-Shirt kurz angucken Und das T-Shirt könnt ihr euch von mir aus So lange angucken wie ihr wollt Und vielleicht hängt es ja bei euch bald im Schrank So sieht es nochmal aus Und ja Müsst ihr einfach nur auf den Link da unten klicken Mit ein bisschen Glück Schicken wir euch das nach Hause Und da Steven heute da war Können wir jetzt auch endlich die Metallschilder verschicken Denn Steven hat jetzt endlich auch darauf unterschrieben Also Nicht wundern Die kommen jetzt endlich zu euch So In diesem Sinne Vielen, vielen Dank Uke Vielen, vielen Dank Tino Gerne Vielen, vielen Dank Steven Ich hoffe Ich hoffe ihr hattet eine nette kleine Zeit Und ich hoffe da draußen Ihr hattet auch ein bisschen Spaß Hier mit entweder nicht zu aufspürenden Hoden Oder eben Tanzfilmen Jetzt spüre ich sie schon wieder Tschüss Mach's gut Schönes Wochenende Schöne Woche Hau rein Tschö Diese Sendung kannst du als Video schauen Und als Podcast hören Mehr Infos unter rbtv.de Slash Kino Plus Schöne Woche Schöne Woche